Willkommen zu Wartales. Heute geht es weiter. Nach ein paar Tagen Auszeit machen wir weiter und gucken uns unsere Truppe an und werden neue Gefilde aufbrechen, weil wir die erste Start-Quest-Gebiet-Sachen abgeschlossen haben. Wir sind am Tag 25 im ersten Monat, also haben fast einen Monat hin und her gereist und wir wollten glaube ich nochmal zur, wie heißt das Ding, zum, zum Dings hinten, äh Grab. Ja, Grab ist glaube ich die, die richtige Antwort. Das werden wir doch heute, glaube ich, hinkriegen. Und wenn wir es nicht hinkriegen, kriegen wir es trotzdem irgendwie hin. So. Muss ich nochmal irgendwo was ändern? Ich glaube, ich habe alles. Irgendwie ist mein Internet richtig träge. Oder das Internet ist wirklich überlastet. Wegen, wegen Black Friday. Das war ja schon öfter so. Irgendwie hackelt alles gefühlt. Kann natürlich auch im Rechner liegen, aber glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe zumindest keine Aussätze im OBS, also glaube ich, wenn sind das andere Probleme. Oh. Gut. Black Friday ist halt ein besonderer Tag. So ein bisschen diesig in dem Spiel. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wie man sich hier richtig bewegt hat. Wo sind wir überhaupt? Da. Und ich wollte nochmal hier hinten hin. Wir wollten eh da hinten lang. Wir haben zwar nicht so viel. Ist das die richtige Richtung? Ne, ist nicht die richtige Richtung. Oh. Das ist auch nicht die richtige Richtung. Da ist die richtige Richtung. Hatte ich alles in der Stadt gemacht? Ich glaube schon nicht. Wir hatten Salz aufgefüllt. Salz könnte ich nochmal kaufen. Wir haben kein Salz. Jetzt, wo ich das sehe, können wir nochmal Salz mitnehmen. Du hattest Hanf, Seile, Öle. Du hast Salz. Ja komm, hier 12 Salz. Wir haben genug Geld. Muss ich nochmal beim Schmied irgendwas machen. Unseren Schmied irgendwas anfertigen lassen. Können wir eh nicht. Weil wir kein Eisenerz haben. Wir haben auch keine großen Anziehsachen. Den Pony-Dings können wir dem Pony noch nicht anziehen. In der Apotheke können wir noch nichts herstellen, weil wir immer noch keinen Kräuter-Typi haben. Also da fehlt uns auf jeden Fall noch einer. Wir können nochmal in die Taverne gucken. Holzfäller und Co. Wir könnten noch eine Aufgabe annehmen. Aber das könnte sonst wo sein, nicht? In Kortia. Ich weiß nicht, wo Kortia ist. Ich könnte mal kurz speichern. Und wir gucken mal, ob Kortia das ist, wo wir hinwollen. So. Äh. Weil ich glaube, der hat... Hä? So. Äh. Taverne da. Ich glaube, der hat zwei Aufgaben. Die nach Kortia führen. Ah ne. Genau. Deswegen. Kortia wäre nix. Obwohl. Das ist zumindest das Gebiet, in das wir reinkommen schon. Ich wollte eigentlich aber nach Norden. Weil ich wollte nicht nach Edoran. Andererseits haben wir jetzt genug Ressourcen. 16 Tage Nahrung, genug Gold. Und ich wollte über den, den, den Strand da versuchen hinzukommen. Eh. Dann machen wir das. Wir gehen eh in die Richtung. Dann muss ich nie nochmal nach Norden laufen. Das wäre die Konsequenz gewesen. Aber wenn wir denen irgendwelche Informationen überbringen sollen, dann kriegen wir das doch hin. Oh. Und wenn wir mit dem... Warte mal. Wir haben hier irgendwo auch Haken, wo wir hochkommen. Nicht? Hier ist der Haken. Äh. Doch den Weg lang und dann den Haken hoch. Ich hätte auch hier einen Haken hinsetzen können. Ah, da ist er ja aber schon. Okay. Der Weg oder das. Ah, einen Bergarbeiter brauchen wir auch noch, nicht? Ich glaube, wir haben noch irgendeinen Job festgestellt, dass es den gibt beim letzten Mal. Da ist irgendwas im Wald. Sieht aus wie Bären. Oh, wir sind übermüdet, nicht? Sogar richtig hart. Jetzt muss ich aufpassen. Habe ich alles richtig gemacht? Du bist der Neue, nicht? Du bist der Gelehrte. Dann kannst du hier beten, würde ich sagen. So, dann können wir hier auch Fleisch wieder herstellen. Ja, aus den Dingern, oder? Die sind am schwersten. Das sind sechs Gewicht weniger. So, Opportunismus. Kannst du noch irgendwas herstellen? Ein Wächterhocker. Okay. Ich dachte, ein Wächtertrockner gerade. Fünf Seile. Da stelle ich mal fünf her einfach. Haben wir alles, oder? Kann ja noch was kochen. Aber gekocht hatten wir, glaube ich, alles. Könnte nur Sirup herstellen, den ich mir aber aufspare. Ich würde ihnen sogar einen Hammel-Eintopf mal geben, oder? Und ein Brot. Und eine Wurst noch dazu. Nee, hier noch irgendwie so was Schweres oder so. Aber andererseits, gut. Kann ich nicht in Wurst umwandeln. Vielleicht eine Milch oder so. Irgendwas, was vier hat vielleicht. Ein Apfel hat zwei. Das hat Eis nur eins. Ein Kohl hat zwei. Ein Barsch hätte vier. Aber die kann ich auch noch in was Besseres umwandeln. Das hat sechs. Das hat sechs. Zwei Brote halt. Aber dann hätten sie ein Fleisch zu wenig. Dann vielleicht doch hier eher ein Karpfen. Zufriedenheit hat sich erhöht. Punkte kann man eh nicht machen. Nahrung stärk um 15 Prozent sogar erhöht. Wir kriegen nochmal Nahrung. Das heißt, wir haben eigentlich sogar ein Plus-Minus-Null gehabt in der Runde, was Nahrung angeht. So. Ich hoffe nicht, dass hier wieder diese Bande rumlungert. Die interessiert mich so 0,0. Oh, und wir müssten Fackeln herstellen. Und dann würde ich hier nämlich runtergehen an der Stelle. Ähm. Genau. Acht Fackeln. So. Hier muss ich nochmal hier speichern. Das ist immer ein bisschen blöd. So. Und dann. Rein da. Weiß gar nicht mehr, wo wir hier lang mussten. Aha. Okay. Jetzt haben wir hier so ein Rätsel. Das muss nach oben, nicht? Nach oben rechts. Nichts. So. Wir müssen aber das daneben kriegen. Dann müssen wir hier einmal... Ah, shit. Wir kriegen das jetzt da nach oben. Das ist genau falsch rum. Okay. Ja. So. Jetzt haben wir es. So. Oben wäre theoretisch fertig. Das wäre hier fertig. Das müsste aber nach rechts kommen. Ich hasse solche Sachen. Schieb, schieb, kratsch, rutsch. Ja. Jetzt sind wir so, wie wir vorher waren. Der muss auch einen höher, nicht? Ich habe schon seit... Moment, mal gucken. Moment, mal gucken. Was guckst du? Wie das hier gelöst wird. Ah, ich hasse... Ich hasse das. Wer ist denn unten rechts in der Ecke überhaupt? Der hier... Ist hier... Ist hier... Hier unten gibt es gar keinen. Wer soll denn der dritte in der Reihe sein? Ach, das bleibt frei. Okay. Der muss jetzt hier noch runter. The Witness Puzzle-Spiel. Das habe ich schon seit Jahren in Steam und noch nie gespielt. Ich mag und ich hasse Puzzle-Spieler. Ja, ja, ja. Okay. The Witness. Da ist doch auch jetzt gerade Neues rausgekommen. The Talos Principle wieder. Der neue Teil. Ich glaube, ich muss das mit oben nochmal auseinandernehmen, nicht? Sonst kriege ich das nie hin. Aber der ist ja eigentlich richtig... Ich habe auch den Zauberwürfel nie verstanden, nicht? Jetzt rutscht der immer nach oben. Das wehe ich ja nicht. Ist doch ganz einfach. Aufkleber abreißen und neu ansetzen. Ja, das ist wahr. Bei dem Billigen geht das. So, jetzt wollen wir das nach unten kriegen. Okay. Jetzt wäre unten, wäre jetzt fertig. Warum passt jetzt oben nicht? Schweine. Okay, dich wieder nach oben rechts in die Ecke kriegen. Oben ist sogar schon... Du musst jetzt aber nach links. Ich muss den... Die beiden muss ich tauschen. Also der muss da hin. Und der muss da hin. So, ich glaube, ich habe es. Ihr habt die Rune Berg entdeckt. Puh. Geht doch. Oh. Ich war zurück. Ich dachte, das geht mit Escape. Okay. Hier war noch irgendwas, was der Typ entziffern müsste. Hier, das hier. Da hatten wir auch eine Rune. Und ich meine, dieses Wandporträt ist sehr anrühchig. Ich frage mich immer noch... Naja. Ich frage mich lieber nicht. Ob lila, beige, grün, rot irgendeine Bedeutung hat. Vielleicht irgendeine Runenreihenfolge. Die Rune hier hat auch nichts zu sagen anscheinend. Hier geht es nach Ausleihen. Hier war auch noch irgendwas, ne? Die Tür ist verriegelt. Ah ja, das konnte nur ein Gelehrter untersuchen, das Rätsel. Genau. Deswegen bin ich nicht weitergekommen. Nur deswegen habe ich jetzt einen Gelehrten in der Gruppe. Finde ich auch ein bisschen schade. Dass man von jedem Berufstyp einen mitnehmen muss. Sonst kommt man nicht weiter. Also gut, ich bräuchte keinen Angler, nicht? Nix geschieht. Was ist mit ihm? Kann nicht mehr ausgewählt werden, um Aufgaben zu erfüllen. Verstauchung. Okay. Äh. Wir haben nicht so viel Heilendinger dabei. Deswegen werde ich mal speichern. Ja, wie soll ich denn die Kombination wissen? Wir haben A und wir haben Leistung. Und irgendwas lag da doch rum. Haben wir hier dieses Ding? Das ist das komische A, nicht? Okay, wartet. Ich glaube, genau das ist jetzt das Ding hier. Aber hier sind nicht die Runen drauf. Dieses hier ist das hier. Rot. Rot ist das Dreieck. Das hat man gesehen, nicht? Das ist nur eine Rune, die man lernen konnte. Da brauche ich immer noch den Schlüssel für. Hier lag auch nix weiter rum. Hier ist aber dieses grüne A. Ist da nix an der Wand oder so? Hier haben wir noch eine Figur. Die Statue stellt einem Mann namens Dagan da. Irgendwas an seiner Körperhaltung erweckt euch dem Wunsch, in Gesang auszubrechen. Singen. Achso, und da bräuchten wir ein Baden für. Genau, Bade haben wir auch nicht in der Gruppe. Und hier ist... Ah, hier ist der Kreis. Okay, der ist blau. Okay. Ah, ah, rot. Kreis, blau. Oh, ach, da ist der Schlüssel. Sanduhr des Professors. Sanduhren finden Stunden auch nur eine Sekunde lang zu unterrichten. Interessant. Okay, Speicher. Den hab ich echt übersehen. Ich war hier schon zweimal drin, nicht? Äh, ja. Also, rot... ...ist das hier. Blau ist das. Ja, kann gelb. Könnte die Sanduhr sein. Nichts geschieht. Jetzt ist er wieder verletzt, nicht? Aha, okay. Finde ich an sich gut. Aber ich will jetzt nicht ständig hin- und herlaufen müssen, um mir einen Heiltrank zu holen. Woher soll ich denn wissen, wie viel Heiltränke ich brauche? Und irgendwo muss was Gelbes sein, was ich übersehen hab. Aber ich geh jetzt nicht nochmal durch alle Räume. Das ist mir irgendwie... Dafür ist es mir nicht flüssig genug, dieses Klick-Lead. Klick-Lead. So. Das wird ja nicht das gleiche Symbol sein. Kann's noch das hier sein? Okay. Jetzt laufen wir wieder. Die Atmosphäre ist angespannt. Euer Gefährten spüren, dass sie beobachtet werden. Ein Gefäß der Shade auf dem Boden. Aus der Dunkelheit stürzen Kreaturen hervor. Ein Kampf. Kriecher und Nacktmulche. Wir wissen nicht, wie viele. Kämpfen. Okay. Alles ist dunkel. Das ist natürlich super Voraussetzung, um zu kämpfen, nicht wahr? Ich zieh mal unsere Leute wieder zusammen. Weil ich echt nicht weiß, wo hier Gegner sind und wo keine Gegner sind. Damit wir uns zur Not gegenseitig aus der Klemme helfen können. Und er läuft hier einfach mal rein und du greifst einfach mal den hier an. Da ist einer. Und hauen den erstmal weg. Die Gegner sind demoralisiert. Okay, sind nur die beiden. Das Pony tötet ihn jetzt. Jawohl. Erfahrungspunkte für das Pony. Was gibt noch irgendwo einen? Da ist er. Und noch ein destabilisierender Schlag. Nee, oder? Die trifft uns auch noch. So, geschnetzeltes. Da ist noch einer. Kommen wir mit ihm da ran? Nee. Wenn ich Glück habe mit ihm. Nee. Der Wolf tötet's. Komm. Jawohl. Das gefällt ihm. Immer noch nicht alles tot. Da unten noch eine. Kommt der aber auch nicht ran, ne? So. Nicht tot. Aber er kann weglaufen. Und dann kannst du... ihr den Rest geben. Wunderbar. Dann kriegen wir drei Kadaver. Ein paar Ratten. Wieder essen. Stoffe. Ein paar Zähne zum Eintauschen. Und jetzt sind wir weiter drin. Das heißt, wir müssen echt auf mehr achten. Okay, aber hier geht's sonst nirgendwo weiter, ne? Also hier seh' ich nix. Kann ich nicht klicken. Das heißt, ich kann nur das Grab aufbrechen. Ja, als ob das gut gehen wird. Ach nee. Einen Bergarbeiter braucht man jetzt. Ach, das finde ich... Ach, das ist doch kacke. Also dann würde ich gerne Feuer wissen. Achtung, du brauchst das, das und das, um im Grab voranzukommen, nicht? Jetzt habe ich hier zwei Tage unsinnig drin verballert. Nur um nix zu kriegen. Ist ein bisschen schade. Ist nicht so geil gemacht, die Mechanik. Hier ist aber die. Die können wir jetzt öffnen, immerhin. ein Rubin und Fragmente eines kleinen Gegenstandes. Ja, wow. Okay. Er warnt uns nur. Aber gut. Weiter geht's. Wir könnten versuchen, da hinten in das Lager... Aber ich glaube, da komme ich nicht ran von hier. Wenn ich nicht von hier da rankomme. Ja, die Bären lassen wir mal aus, oder? Die will ich jetzt nicht. Äh, ich will auch kein Lager. Sorry. Ich wollte... Hier ein... Haken. Wo ist er? Da. Oh, wir haben nur noch zwei. Kommen wir hier hinten vielleicht? Nein. Da will ich nicht. Ja, hier ist schon gut, nicht? So. Was haben wir hier am Strand? Was ist das? Ah, irgendwelche Blumen? Kommen wir hier hin? Nee, oder? Hier ist auch nichts weiter. Shit. Schade. Ich dachte, ich kann hier auch in das Gebiet. Okay. Aber dann wissen wir es. Dann haben wir das wegen Sinn erkundet. Und wissen, dass es hier nur Berg gibt, wo wir nicht hinkommen können an der Küste. Und die KI ist wieder total klasse und bleibt einfach hängen. Und bei der nächsten Rast wollen die auch noch bezahlt werden. Ich hoffe, die Bären haben sich inzwischen da verpieselt. Nee, haben sie nicht. Das heißt, es wird gleich einen wunderschönen Kampf gegen Bären geben. Und wir können hier noch EP freischalten. Ich glaube, ich sitze aber für dieses Spiel wieder im Weg, nicht? Ich setze mich mal nach unten. Ich glaube, da ist es besser gewesen. Obwohl im Kampf wahrscheinlich sogar wieder hier ein Stück höher oder so. Können wir noch... Hinterhältig? Jawohl. Ein hinterhältiger Angriff gegen Bären. Überrascht? Überraschung. Hallo, ihr Bären. Ihr kriegt jetzt einen auf die Mütze. Raub von mir. Ihr werdet sehr gut schmecken. Gegrillt auch mit einem Bier. Hey, ho, ihr Bären. Ihr werdet jetzt verzehren. Euch auf meinem Grill. Wie ich das so will. Habe ich alle Leute angeordnet? Ich glaube, das reicht nicht. Äh, speichern. Kampf. Sicher, sicher. Falls ich irgendwas an der Taktik vermasselt habe, wie ihn hier nach vorne zu stellen. Aber den wollen wir eh direkt in den 1 zu 1 Kampf mit ihm hier verwickeln oder so. Ja. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Er hat eh eine Riposte. Achso, wir haben noch einen Angriff frei. Äh, ja, dann du hierhin. Oh, treffen wir nicht beide? Dann du dahin. Jawohl. Ja, ich dachte, der läuft ein bisschen anders. Aber ja, klar. Ich habe mich blöd hingestellt. Hätte ich mich besser hingestellt, dann hätte ich jetzt auch nochmal zwei gleichzeitige Angriffe machen können. Aber ich merke, mehr als zwei Gegner ist wirklich auch schwer zu treffen. Also die Fähigkeiten, zwei Gegner zu treffen, ist zwar nett, aber hat mehr Nachteile als Vorteile, so insgesamt. Weil man oft auch seine eigenen Leute treffen würde, wenn man doof steht. Und gerade am Anfang hat man nicht genug Reichweite. Ungünstig. Ähm, ja, dann schießt du, würde ich sagen. Aber vielleicht, wenn wir hierhin gehen. Ah. Besser. Treffen den Hinteren, nicht den Vorderen. Schade. Wir könnten noch sagen, wenn der sich bewegt, einer jetzt, Oh, Pferdchen ist auch noch dran. Zählt der sogar zum Zingelt. Das ist sehr gut. Mh. Der hier würde mir gefallen. Oh, da kriegen wir einen dazwischen, den. Kannst du vielleicht beide angreifen? Nee. Ich glaube, wenn ich dahin gehe, treffe ich wieder nur einen. Aber dann, dann ist es so. Ja. Ich kann nur entweder oder. Ja, dann ihn hier. Und ihn gleich doppelt. Er ist ja vergiftet. So. Schöne Riposte mit 52 Schaden. Jetzt ist unser Wolf dran. Der wird auch nochmal ordentlich Schaden machen. Sehr gut. Und wenn er jetzt an diesen Bären kommt. Dann dürfte der sogar als Unzingelt gelten auch. Jawohl. Schöner Schlag. Aber leider. Zwei Bären gleich tot. Als erstes greift welcher Bär an? Der da. Das ist halt nicht gut genug. Pferdchen. Sehr gut. 15 sind besser als nix. Jetzt kann er nochmal ran. Ich treffe auch niemand andere, ne? Gut. Ist nicht tot dadurch. Könnten wir aber töten. Aber vorher ist der Wolf dran, ey. Keine unnötigen Punkte ausgeben. Zack. Ja, natürlich sind die Bären verunsichert. Das ist mir aber egal. Dann wir schnett den Bären jetzt mal eben für das Essen weg. Ah, ich hätte hier Volltreffer. Wollte ich machen. Egal. Okay. Er müsste ihn, aber... Trotz Umzinglung nicht tot. Die Bären halten echt was aus. Immer noch nicht tot? Oh, weil er Berserker hat irgendwie. So, jetzt aber. So, die Runde beginnt. Sehr guter Treffer. Ah, komm. Drei Leute vorher drauf. Kannst du hier hinlaufen? Und wir haben hier einen Punkt frei. Wie sehr gute Treffer. Und... Weg. Jetzt kriegt der Berserker. Wir haben einen Punkt extra. Und... Wir haben unser Bärenfleisch. Jawohl. Bär. Haben wir noch nicht gehabt bisher. Sechs Nahrung. Kadaver. Tadelloser Reißzahn. Fett haben wir bekommen. Ist auch sehr gut. Leder. Und nur ein paar Sachen reparieren. Ähm, so. Wir müssen in die Richtung weiter. Und wir müssen rasten. Aber ich würde so... Das ein bisschen ausreizen. Können wir hier rasten? Das wäre richtig cool, wenn wir hier vorne rasten könnten. Ne. So, aber hier hätten wir jetzt ein Ding, was von dem Gelehrten untersucht wird. Jetzt können wir wieder Fleisch trocknen. Der Bär würde auch nur... Äh, vier geben, nicht? Das wäre eine Reduzierung, weil das Fleisch sechs gibt. Das ist schon richtig stark. Dann würde ich hier zwei von denen mal wegmachen. Wir können mal gucken, ob der Koch was machen kann. Ne. Haben wir Bärenfleisch und so, haben wir nicht gelernt, nicht? Obotanismus. Tüftler. Wir könnten ein paar Kletterhaken mal herstellen. Die haben wir nicht mehr. Und noch zwei robuste Angelhaken. Dann haben wir das schon mal wieder erledigt. Seile, sieben. Dann würde ich auch noch mal drei Seile herstellen. Okay. Ähm, Koch konnte nix nicht, ja. Keiner ist auch, ups, ist auch aufgelevelt. Das ist alles zugeordnet. Und dann können wir sagen, Essen. Ja, wir haben relativ viel Brot. Gut, dann gibt es zwei Brote. Von den Dingern kann ich auch mal was weghauen. Das ist relativ alt. Und... Noch ein Barsch. Und Zahlen auch noch. Und noch einen Apfel. So. Punkte sind aufgefüllt. Wir sind sehr glücklich. Kriegen mehr Einfluss. Kriegen unsere Rohmaterialien und vier Fleisch. Dann haben wir inzwischen 26 Fleisch. Reicht für 17 Tage sogar. Die Handelsgüter, die wir transportieren, machen uns zum perfekten Ziel für Banditen. Die Händler bezahlen die Bruderschaften nicht umsonst dafür, sie zu eskortieren. Schlagt eine Gefahrenzulage auf den Preis auf. Die nächste Kronen. Einkünfte sind erhöht. Zusätzliche Maßnahmen eingreifen. Setzt mehr Kräfte für den Wachdienst ein. Aggressionsreich weiteres Gegners in der Welt verringert. Oh ja, das ist gut. Beilen drängt euch zur Eile. Bewegungsgeschwindigkeit in der Welt um 10% erhöht. Das finde ich gut. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Was sollte ich dagegen haben? Wir gehen mal hier am Rand vorbei. Ah, dann können wir auch noch das Eisen einsammeln. Sehr gut. Geht's hier etwa hoch? Oh. Ne, hier geht's nicht hoch. Schade. Das hätte erklärt, wie man da hinten hinkommt. Ja, wahrscheinlich gäbe ich später noch irgendwelche Transportruhen oder so. Verhandeln. Ich hab keinen Bock gegen die zu kämpfen. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen Gold. Es kostet mich nämlich mehr, die Teile zu kaufen zum Reparieren und dann eventuell ein Heilmittel. Hab ich jetzt keinen Bock. Vor allem die Respawn auch ständig. Sowas mag ich ja in den Spielen nicht so. Wenn ich irgendwie ein Gebiet mal überreinigt hab, dreh mich um und gleich ist wieder jemand da. Das ist unrealistisch. Und das ist die erste Stelle, wo es so nervig ist, dass die die ganze Zeit wieder auftauchen. Also das hätte man schöner lösen sollen. Dass die wirklich dann irgendwann mal weg sind oder so. Spätestens wenn ich zweimal gegen die gekämpft hab. Oder dass das nicht immer die gleichen sind. Das wär auch noch okay. Oder dass die wenigstens zwei, drei Tage weg sind. Also die sind ja sofort, instant wieder da. Das ist irgendwie so ein bisschen scheiße. Jetzt haben wir hier wenigstens noch ein Ziel, wo wir hinlaufen können. Hier können wir noch die Schafe töten. Was will ich eigentlich alles nicht? Ich hoffe, hier gibt's nicht ne Kriegsarmee oder so. Ah, von hier. Ja, ja, ja. Banditen. Ne, ne, ne. Ich will jetzt nicht kämpfen. Holz haben wir, glaube ich, auch kaum noch. Wie schwer sind wir? Ich hol kein Holz. Ne Stadt. Ups. Ja. Ja. Korzia. Die zweite Stadt, die wir finden. Sehr schön. Und das gibt uns Wissenspunkte. Wir können mal gucken, was können wir denn so schönes lernen. Satteltasche brauchen wir nicht. Lagerfeuer. Werkstatt brauchen wir nicht. Zelt brauchen wir nicht. Anbindebalken brauchen wir nicht. Den Kochtopf haben wir. Das Fleisch trockengestell könnten wir erweitern. Beim Trocknen vom Fleisch wird hier Fett gewonnen. Hm. Ja, okay. Und dafür müssen wir gar nicht so viel investieren. Aber, ja, brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, ich gehe hier auf Waffen, ne? Und dann auf die Eisenachst. Eisenbeschlangene Streitkolben. Zweihandachst, Zweihandhammer. Hier würde ich drauf gehen. Komm. Dann können wir uns eigene Waffen herstellen. Der Plattenpanzer wäre ja ein kleiner Reinfall. Rezepte können wir eh eher kaufen. Öle können wir eh noch nicht herstellen. Und... Ah, mal einen Lesepult. Ah, hier würde es einen Lesepult geben. Okay, gehen wir erstmal in die Apotheke. Oh, schade. Die sieht genauso aus wie die andere. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Okay, Öle, Öle, Öle. Ich hole mal zwei Heilmittel. Die brauchen wir auf jeden Fall. Dann haben wir wieder drei. Ähm. Der... Oh, der hat eine... Irgendwas ist günstiger. Fischöl. Weiß nicht, brauche ich Fischöl? Naja, ich bin ja noch ein bisschen in der Stadt. Ähm. Der kleine Markt. Gucken wir doch mal. Und vielleicht speicher ich vorher. Weil wer weiß, was in der Stadt passiert wird, wenn wir mit den Leuten reden. Möge das eisigende Auge mich strafen, wenn ich lüge. Ich habe ihn gesehen. Ich schwöre es. Es war vor drei Tagen. Ich sammelte gerade mit meinem Mann Feuerholz, als der Geist des Jägers uns angriff. Wir konnten gerade noch in die Berge fliehen. Okay. Glaubt ihr kein Wort? Wahrscheinlich ist sie auf eine Bande von Deserteuren gestoßen, die in dieser Gegend ihr Unwesen treiben. Seit ihr Krieg herrscht. Okay. Sandstein hat der. Würde ich mal drei kaufen. Ansonsten hat der nix. Ich gebe zu, mein Fleisch riecht etwas streng, aber ich versichere euch, dass es immer noch essbar ist. Okay. Schweinefleisch. Kostet sechs. Ist mir zu teuer. Den haben wir noch hier. Der Krieg zieht sich immer weiter hin und La Hertha und Vernalis requirieren alles, was nicht nid- und nagelfest ist. Ich habe kaum noch etwas zu verkaufen, geschweige denn zu essen. Traum hatten wir noch übrig, nicht? Genau. Traum hatten wir noch. Bohnen. Ich glaube, ich habe kein Rezept mit Bohnen. Aber Weizen. Weizen ist nicht so teuer. Dann können wir nämlich noch mal zehn Brote einfach machen. Sehr gut. Dann haben wir für 20 Tage Essen. Zur Not essen sie Brot, nicht? Das heißt, wir können eigentlich noch jemanden mitnehmen. Jetzt erstmal zum Schmied. Die sieht anders aus, die Schmiede. Okay. Kann aber auch einfach ein anderer Winkel sein. Ich glaube, bei der anderen kam man aus der Richtung einfach rein. Und der Amboss stand aber hier. Doch, ist ein bisschen anders. Hier können wir ja einiges herstellen, nicht? Aber ich würde sagen... Wir haben ja Waffen gelernt. So ein Zweihandhammer oder eine Zweihandachse. Wir gucken mal, was unsere Leute brauchen. Ein Gladius hat der hier. Eine Zweihandachse wäre nicht schlecht. Oder ein Zweihandhammer. Okay, Zweihandhammer, Zweihandachse wären am besten. Weil die am schlechtesten sind. Zweihandachse, Zweihandhammer. Und ein Großfachion. Auch der. Wir haben für eine Sache Eisen. Dann würde ich das nehmen, weil das am meisten Ressourcen hier braucht, die am schwersten sind. Mal gucken. Na, gar nicht so schlecht. Stufe 3. Auf dem Heft ist die Signatur des Schmiedes sichtbar. Verstümmeln. Okay, gucken wir uns gleich an. Du hattest die Zweihandachse. Die kann Verstümmelung. Fügt im Bereich von 14 Schaden zu. Eine alte Axt. Stärke plus 2. Und kann Blutung hervorrufen. Und unsere kann jetzt was? Stärke plus 6. Blutung 20. Das ist doch ordentlich. Fügt sogar 21 Schaden zu. Sehr, sehr gut. Ja, was so eine geschliffene Axt einfach auslösen kann. Wir könnten die sogar aufwerten. Oh, das wäre eine Idee. Können wir die Waffe direkt aufwerten? Ja, könnten wir. Jawohl. Fügt eine Einheit in den Bereich 90% Stärke Schaden zu. Okay, ist das jetzt besser oder schlechter? 22. Okay. Das Ziel verliebt am Ende 20%. Stufe 3 ist sie auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob es gut oder schlecht ist. Ich glaube, ist nicht so schlecht. 24 Stärke. Ähm, dann können wir nochmal rausgehen. Das ist auch ein bisschen blöd, nicht? Ich muss rausgehen aus der Stadt. Und dann kann ich hier zum Beispiel zerlegen sagen. Warum kann ich das nicht beim Schmied machen, nicht? Das ist ein bisschen merkwürdig in meinen Augen. Äh, so. Kriegen wir nochmal zwei Eisen. Dann muss ich wieder in die Stadt. Oh, die Kirche. Die wollte ich noch gar nicht rein. St. Septimus-Kirche. Bisschen Ruhe, bitte. Ab in die Schmiede. Äh, wir können mal gucken. Hat der Eisen zum Kaufen? Nee. Rohmaterialien. Dann haben wir 22. Das reicht eigentlich eine Weile. Ähm. Ja, aber sonst mit dem Eisen hier. Klamotten. Wir können einmal Klamotten herstellen. Oder einen Hut. Ich glaube, wir haben alles, ne? Klamotten. Ich glaube, wir können jetzt nicht irgendwas Besseres herstellen. Äh, dann können wir wirklich mal in die Kirche, würde ich sagen. Ein Lesepult. Die Legende des heiligen Jero. Jero's Gefährten waren überwältigt von Angst, als die Beste vor ihnen erschien. Sie nahmen nicht den Kampf auf, denn sie wusste, dass keine irdische Waffe eine solch erregende Kreatur besiegen vermochte. Also trat Jero hervor und stellte sich dem Ungeheuer mit nix als seinen Gehstock in den Händen. Hm. Klingt wie eine Szene aus Berlin abends, wenn jemand nach Hause geht. Er hob seine Arme zum Himmel und rief dreimal das allsehende Auge an. Ja, immer noch Berlin? Der dritte Ruf wurde vom Gott des Lichts erhöht. Gut, die Lichter gehen an um 17 Uhr. Und ließ seinen heiligen Zorn auf die Bestchen niedergehen. Gut, wahrscheinlich Blaulicht. Überwältigt von der Macht des allmächtigen Gottes, zog sich die erbärmliche Kreatur in die Dunkelheit zurück und überließ es dem Lenker, seinen Weg fortzusetzen. Gut. Also eine ganz normale Abendszene. Aber ist das kein Lesepult? Ich dachte, dann kann ich nämlich das hier. Okay. Haben wir sonst hier noch irgendwas? Nee. Priester, Sipper, Priester des Lichts. Ich glaube nicht eine Sekunde an Fürst Vernales sogenannte Vision. Jero ist im Traum erschienen. Klar, das muss Vorsehung sein. Jeder weiß doch, dass seine Mutter schon immer davon geträumt hat, Gräfin zu werden. Okay. Trotz meines Alters bin ich noch nicht lange Priester. Mit manchen Gebeten habe ich noch Probleme, aber ich weiß, dass ich den Leuten helfen und Buße für Schaden tun kann, den ich angerichtet habe. Früher war ich ein Schmuggler der übelsten Sorte, ein Schämpchen ihrer Arena. Ach, ich war ein Scheuser unter den Scheusalen. Wenn ihr bereit seid, den Banditen eine Lektion zu teilen und sie auf den eigenen Boden zu schlangen, verrate ich euch meine besten Arena-Taktiken. Okay. Ich bete jeden Tag für das Ende des Krieges. Der, der hat was. Der ist komisch. Der Typ ist merkwürdig. Diese Kirche ist dem heiligen Septimus gewidmet, dem siebten Sohn Jero, unsere Lenkers und Begründer des heiligen Glaubens des Lichts. Jero und alle anderen Heiligen sind gesegnete Individuen, aber auch sie sind nur Menschen. Das einzig ewige göttliche Wesen, das uns an der Schwelle des Todes willkommen heißt, ist das allsehende Auge. Ah ja. Jut. Jut. Wir haben keinen Bürgermeister dafür, nicht? Nein. Okay. Ihr sucht Arbeit. Unsere Aufgabe als Abgesandter ist es, dafür zu sorgen. Die Bande muss aufgehalten werden. Klingt gut. Nehmen wir an. Ja, perfekt. Ist in der Nähe. Die anderen sind alle Durchschnitt. Weiß nicht, ob wir das annehmen wollen. Schaut nur, wie leh es hier drin ist. Vor dem Krieg gab es in Cortina zwei Tavernen und trotzdem hatten wir am Markttag immer volles Haus. Okay. Reduziert. Nehrt euch das Kochen von kandierten Früchten. Braucht Äpfel, Trauben, Kirschen und Honig. Was haben wir hier? Leibliches Wohl. Schweineintopf, Haferbrei, erdoganischer Wein. Nee. Bauplan Laute. Nicht schlecht, aber wir haben keinen Baden. Kandierte Frucht. Wein. Weinbrand. Okay. Singen. Da bräuchten wir die Laute. Oder hier rasten für 53. Nee. So, was ist er hier? Bergbauer. Aber nur neun Stärke. Nur sechs Stärke. Koch. Interessiert mich nicht. Er ist Fischer. Interessiert mich auch nicht. Ich möchte auf Reisen gehen. Schön für dich. Der Informant. Ich habe euch wohl, äh, ihr habt euch wohl verhört. Braucht ihr irgendwelche Informationen über Artis? Ich möchte, möchtet ihr vielleicht Aufträge übernehmen, die ihr den Amgesang nicht öffentlich zu schreiben wagt? Formieren. Kaum lag der Brief auf den Tisch, schnappte er sich in der Informant. Ich hoffe, ihr habt die nicht geöffnet. Nö. Äh, kriege ich jetzt mein Geld hier? Kopfgeld kassieren. Ja, perfekt. Haben wir jetzt ne neue Aufgabe hier bekommen? Noch nicht. Eine Rattenplage gibt's hier wieder. Aber 250. Grab der Alten. Puh. Oh. Oder ne Bande. 280. Alter Zollposten. Das klingt doch gut. Der ist auch nur da. Ist aber schwer. Da bin ich mal gespannt. Und zwei Rattenplagen. In dem Fall die untere. Die liegt da. Ah. Okay. Wir haben wieder Punkte. Schmied. Sind wir ein bisschen vorangekommen. Bei den anderen Sachen noch nicht wirklich. Speichern. So, wo geht's zuerst hin? Ich würde sagen, einfach gerade zu. In dem Wald, oder? Oder ist das auf der anderen Seite? Ist auf der anderen Seite. Dann gehen wir nach Süden. Müssen eh bald rasten. Dann würde ich mal hier in dem Wald. Das kleine Stück hier. Guck mal. Macht keinen Sinn hier zu rasten, nicht? Ist kein richtiger Wald. Na, KI. Lauf doch mal. Mann. Da wäre die Bande. Monolith. Bisschen Berufserfahrung. Das brauche er. Das ist nicht schlecht. So, der Koch kann nicht nix kochen, weil wir schon Eis gekocht haben. Hier können wir aber nochmal zwei Fleisch herstellen. Die Ponys sind an ihrem Ding. Der ist da. Der ist dort. Dann hauen wir ihm mal hiervon aber zwei rein. Das dritte davon. Zwei Brote. Und... Keine Ahnung. Ich könnte auch das Bärenzeug reinhauen. Dann könnte ich ein Brot weniger machen. Aber dann wäre es halt zu viel Fleisch, nicht? Wir haben 26 Brote. Milch zählt nur eins. Das ist doof. Wir brauchen eigentlich was, was vier zählt. Haben wir aber nicht mehr, oder? Die Ratten-Dinger können wir auch noch trocknen. Nehmen wir da eine einzelne. Das zählt halt auch nur eins, nicht? Wir brauchen... Also damit noch einen. Aber 22 brauchen wir immer noch vier. Nehmen wir noch ein Brot. 239 von 266. Voll ausgeruht. Die Gegner... Uns gegenüber. So, ich bin Penn. Mega müde. Danke für den Stream. Bis später, Anna. Dann schlaf mal schön. Danke, dass du da warst. Es ist immer gut, sich nicht alleine zu fühlen. Verfassung um 20% erhöht. Kann nicht gefangen genommen werden. Ja, aber nur er, oder? Aber die anderen schon. Aber es klappt irgendwie nie. Gut, die fallen immer tot um. Pfff. Sind die nur da? Ne, die sind auch da. Da ist auf jeden Fall... Den müssen wir angreifen. Wir gehen aber... Erstmal alle auf eine Seite. Du bist noch ein Bogenschütze. Der greift auch zuerst an. Der greift auch zuerst an. So, das heißt, den Bogenschützen, den nehmen wir am Beschlag mit ihm. Der Wolf kann nach hier. So, vielleicht. So, oder? Wolf könnte auch nach da. Kampf. Speichern. Randa. So, du hier hin. Mal gucken, wie gut die hier sind. In der Region. Nicht so gut. Aua. Riposte. Zank. Halbtot. Was hat er nun davon? So, der nächste Bogenschütze muss erstmal angegriffen werden. Und in einen Kampf verwickelt. Eigentlich von ihm, aber er muss neben anderen eigentlich seine Runde beenden. Aber gut. Jetzt kämpft er nämlich. Egal. Wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten mit Schild. Das wäre auf jeden Fall was für den Bergarbeiter. Aua. Okay. Are you crazy? It seems so. Oh ja. Perfekt. Au. Okay, ich hab die unterschätzt. Okay. Das heißt, die Bogenschützen sind gar nicht so schlimm. Die da oben sind das Schlimme. Da muss unser guter Typ hin. Äh, wo ist er? Da. Und der Bogenschütze lieber nach hier hinten. So, vielleicht. Krass. Hätte ich, hätte ich nicht so erwartet. So, Kampf. Dann. Verwickel den mal in einen Kampf. Sehr gut. Ja. Ja. Der Wolf kann ruhig Schaden nehmen. Das ist nämlich egal. Die hier sind jetzt nicht dran. Jetzt wäre er nämlich dran. Ah, da komme ich nicht hin. Wenn ich mich hierhin stelle, kann ich in der nächsten Runde vielleicht zwei angreifen. Er ist noch nicht so stark, ne? Ah. Okay. Und jetzt kann er hierhin. Und er geht mit ihm in den Kampf. So, die drei sind also gebunden. Die Poste. Okay, Gift. Nicht so geil. Als nächstes ist der Bogenschütze dran. So. Dann fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Ja, die haben alle Gift. Aua. Du wirst auf unser Pferd. Na, warte du ab. Das Pferd wird dir schon zeigen, was es macht. Nix. Oh, wir kommen nicht ran mit ihm. Ah, jetzt hängt die Kamera wieder. Na, Kamera. Danke. Also, was ist das manchmal... Warum die manchmal so krass hängt? So, aber die kommt doch hier hin, oder? Und die trifft doch beide. Da ist der eine nämlich weg. Ja. Bam. Beide. One-Hit-Wonder. So gefällt mir das. Ähm. Er kommt nicht ran, nicht? Das ist halt schade. Ah, er hätte hier hinrennen können, aber gut. So, der macht keinen Schaden. Nee, nicht... Aber die Kamera... Was ist denn manchmal mit der Kamera? Warum die einfach in eine Richtung geht? Das ist echt das größte Problem von dem Spiel. Au. So, eine neue Runde beginnt. Also, die haben da auf jeden Fall ein Problem. Kann man das irgendwie einstellen? Gibt's da irgendwas? Die Umrisse... Ich ziehe den mal im Kampf an. Im Kampf ermöglicht das Ändern der Reihenfolge der Fertigkeiten im Kampf. Aber das machen wir doch die ganze Zeit. Bildlauf am Rand aktivieren. Vielleicht ist es das. Kamera-Wackelung laufen per Doppelklick. Schriftgröße. Tutorials. Das wird's alles nicht sein. Die Umrisse Stärke könnte fast noch dicker. Ja. Was noch besser. Ich glaub nicht, dass wir alle drei hinkriegen. Aber zumindest die beiden, die jetzt... Erstmal dran sind. So, zwei weg. Und dann kann er sogar noch... Komm. Du hast den auch noch weg. Jetzt ist nur noch er da, nicht? Das schaffst du doch. Sehr gut. Und weg ist er. Wir kriegen wieder ein komisches Bild. Torus ist jetzt peiniger. Okay. Vergiftetes Wundmesser. Stoffe. Und fünf reparieren. War schon nicht ganz so billig. Aber wir kriegen dafür 200 Geld. Und Torus ist jetzt... Nee. Ja doch. Torus ist jetzt peiniger oder was? Zertrümmerer. Zertrümmerer. Infanterist. Berserker. Schwertmeister. Hm. Wo... Wo seh ich das? Ich kann noch einen Lieutenant annennen. Vielleicht jemanden, der beliebt ist. Perlin. Perlin. Perlin, Leoric sind auf jeden Fall meine... Meine Lieblinge. Hotspot konnte sich nie richtig hochmausern, nicht? Obwohl er gar nicht so schlecht ist. Aber er macht halt nicht wirklich... viel aus. Unser Kampfpony halt auch noch nicht. Du musst erst Stufe 5 erreichen. Ein paar EP fehlen dir dann noch. Okay, da würde es hoch gehen. Hoch würde bedeuten... Wahrscheinlich zu den Ratten. Das ist nicht schlecht. Dann machen wir das doch. Speichern und ab zu den Rattirattes. Du 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 du. Wir sind fast wieder überladen. Kopfgeldjägerpunkte. Sehr schön. Ja, wir ziehen einfach weiter und wetzeln hier alles weg. Wetzeln hier doch alles weg. Dort ist eine große Grollgrotte. Was auch immer das bedeutet. Rein da. Eisenerz können wir eh nicht abbauen, leider. Sagt niemandem, dass ich hier bin. Bitte, ich bitte euch, behaltet das für euch. Die Bürger von Preino trachten mir nach dem Nehmen. Sie sagen, ich sei von der Pest verfallen, aber dem ist nicht so. Meine Eltern waren bereits tot und es gab nichts mehr zu essen. Ich hatte keine Wahl. Tötet den jungen Kannibalen? Sorry, aber Kannibalismus. Und habt ihr ihn getötet, diesen Pestkranken, der seine eigenen Eltern verspeist hat? Ha, gut, dass der weg ist. Gut gemacht. Jeder, der mit Pest infiziert ist, muss schleunigst getötet werden, bevor er noch andere ansteckt. Nehmt dies. Die Lebensmittelvorräte des Dorfes gehen zwar langsam zur Neige, aber habt viel für uns getan. Okay, 10 Kronen, wow. Wahrscheinlich wäre die richtige Entscheidung gewesen, ihn da mal leben zu lassen, aber ich meine, dass er pestkrank ist, wäre mir egal gewesen. Es gibt Pestteilmittel, aber bei Kannibalismus ist dann Schluss. Sehr ergrenzen. And he reached it. Very soon. So, hier hilft es mir auch nicht, wenn ich ein Ding setze. Was ist das? Sind das Pilze? Ich hätte hier gerne ein Mouse-Over oder so. Was ist das? Holz, Pilze, Holz, Pilze. Drei Stück sogar. Cool. Da kommen wir... Oh, hier ist ein Lager. Speichern. Da sind die Banditen, okay. Die haben wir von unten neulich gesehen, nicht? Ne? Untersuchen. Untersuchen. Da ist die Rattenplage. So, dann würde ich sagen, beseitigen wir die doch mal eben. Kämpfen. Kämpfen. Okay. Also. Er muss auf jeden Fall ran zum Kämpfen. Der Wolf kann hier hinten tot beißen. Das Pferd kann hier hinten tot beißen. So, da müssen die hin, die mehrfach schlagen können. Aber ich hätte gerne meine Truppe und würde die gerne anklicken können im Kampf. Das ist, glaube ich, das, was mich verwirrt immer. Und manchmal fokussiert er einfach auf den einen, wenn ich den zum Beispiel anklicke und dann komme ich von dem nicht mehr los. Das ist das Problem. Das ist doch das total dumme Feature. Warum will ich denn? Natürlich will ich von der Person los. Ich will nicht auf die Person fokussieren. Gift. Gift Wolke. Okay. Dann muss ich nämlich immer alle meine Leute durchklicken, weil ich nicht weiß, wer das ist. So. Er kann von hinten mehrere angreifen. Er geht hier hin. Sie geht hier hin, ne? Er kann von hier schießen. Er kann an dir ran. Er kann an dir ran. Er geht an sie ran. Und er kann noch von hier hinten an den Einzelnen. Okay. Ich hoffe, die Aufstellung ist okay. Wir gehen in Speichern und wir gehen in den Kampf. So. Wir fangen natürlich an zuerst mit den Ratten. Du würdest zuerst kämpfen, Ratte. Okay. Hä? Wo sind die? Noch habe ich nichts gemacht. Achso. Sie ist hier. Er ist da. Okay. Da habe ich keinen Multikämpfer. Fällt mir gerade ein. Weil er kann nicht Multikämpfen. Aber okay. Okay. Jetzt sind die nämlich an der Reihe. Okay. Dann läuft er mal hier hin. Ah. Er kriegt nur zwei. Die kann sich nicht bewegen. Das ist gut. Boah. Sie ist echt krass. Aua. Gut. Da kommen die Pferde und Co. Die Ratte ist tot. Sehr schön. Das ist die Frage. Wenn er rangeht. Er macht noch nicht so viel Schaden. Er muss erst leveln. Stabilisierung ausgelöst. Er muss eh nebeneinander starten. Kritischer Schaden erhöht. Okay. Fieber. Okay. Seine Rüstung ist fast weg. Das ist nicht gut. Er läuft mal hier hin. Und trifft sie. Super. Das Fert geht da hin. Dachte ich mir. Nicht schlecht. So. Die holt jetzt neue Ratten. Aber wir stehen glaube ich gut an ihr dran. Oha. Okay. Wir müssen sie jetzt halt weghauen. Nicht? Das ist unser Ziel. Unser erklärtes. Die können nicht weg. Er kann aber nicht mehr als eine treffen. Gerade. Das ist also egal was er macht. Sie kämpft mit der Ratte. Würde die beiden treffen. Sehr gut. Dann ist sie nämlich aus dem Kampf. Kann noch eine Runde laufen. So. Die beiden können nichts machen hintereinander. Doch. Shit. Aber der kommt nirgendwo ran jetzt. Der ist eingebaut oder? Ja gut. Er kann einmal rumlaufen. Da sind auch neue gespawnt. Nicht gut. Okay. Wir müssen die jetzt einfach weghauen. Aua. Eins fährt. Aua. Aua. Die kriegen wir definitiv tot. Dann nehmen wir die. Er ist umzingelt. Das ist nicht gut. Oh. Jetzt kommen unsere Hauptakteure. Nicht? Ja gut. Die da hinten ist egal. So. 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 fast tot. Er beißt lieber die. Gut. Aua. Er würde jetzt mehrere treffen. Nicht? Aber er kann hier hinlaufen. Was fährt das das größte Problem gerade? Ah schade. Hat er. Doch hat er noch. Sehr gut. So und die anderen Ratten hauen dann nämlich ab. Ja. Hätten wir auch mit weniger. Aber wir kriegen hier relativ viel Zeug. Wie die Köder. Pestleder. Infiziertes Blut. Das ist super. Das Zeug brauchen wir. Jetzt sind wir aber auch fast überladen. Und wir müssen nur reparieren. Der Rest hatte keine Auswirkung. Sehr gut. Und wir haben die Mission erfüllt. Wir kriegen schon 470. Wir sind wieder auf 1600 dann hoch. Das ist doch perfekt. Würde ich sagen. Perfekt. Deswegen. Speichern. So. Ich würde dann auch sagen. Wir gehen wieder Richtung Stadt zurück. Und gucken uns die nächsten Aufgaben an. Hier ist doof mit dem See. Ich würde sogar versuchen. Dass wir auf offenem Feld schlafen können. Damit unser Gelehrter ein bisschen was lernt. Und wir haben Kammerjäger. Schon wieder einen Punkt. Oh. Noch ein EP. Dann leveln wir da schon wieder. Wie viele Orte gibt es hier? Okay. Jede Region hat ihren Fortschritt. Drei abgeschlossene Orte. Vier erkundet. Das ist doch super. Und Kortia gibt es Auge um Auge. Okay. Anscheinend wenn wir jetzt zur Stadt gehen. Wird irgendein Event ausgelöst. Und wir müssen rasten. Monolith. Sehr gut. Wir stellen wieder Fleisch her. Diesmal aus den Ratten. Dann sind die weg. Kann er irgendwas herstellen. Das Lagerfeuer. Könnten wir mit Kohle erweitern noch. Seile. Wie viele Seile haben wir noch? Zwölf. Nochmal zwei robuste Angelhaken. Wie viel Erz haben wir denn gesammelt? Sechs. Ne. Das würde ich aufheben. Ich will lieber ein paar Sachen herstellen. Kochen können wir auch nichts glaube ich. Außer Sirup. Okay. Wir können mal noch so eine Mahlzeit reinprügeln. Oder lieber zweimal Beerenfleisch. Bis wir da aus dem was machen können. Vielleicht einmal Würste. Oh. Wie viel haben die Würste denn? Sechs. Und jetzt eins was zwei Nahrung bringt. An Fleisch. Haben wir sowas? Ne oder? So vielleicht. Sieben von acht nur. Okay. Ich glaube ich kann hier auch schon direkt das nächste rauffängen. Ja. Oh. Da wären Wildtiere. Das wäre insofern gut. Das meine ich halt nicht. Man ist da gerade durchgelaufen. Und eben waren die nicht da. Es gibt richtig viel Fleisch. Und wir gehen dann nachher zur Stadt. Schon okay. Kommt die holen wir uns. Auf dieser Stufe entwickeln Gegner komplexere und spezialisierte Kampfstrategien. Misstrauen. Jedes Mal wenn eine Einheit ihren Zug neben einem Gegner beendet, erhält sie Reposte. Okay. Das sind echt viele. Du hast Multiangriff. Du stehst glaube ich ganz gut. Du hast nicht Multiangriff. Wer hat noch Multiangriff? Du nicht. Fährt. Du kommst nicht nach vorne. Und du kannst mit nach da. Hier hinten ist noch einer. Das ist gar nicht so verkehrt, wie wenn der Wolf da hinten ist. Du hast noch Multiangriff. Und du noch einzeln. Du kommst da hin. Oder? Nee. Geh du mal da hinten hin zum Verteidigen. Okay. Kampf. Ich würde sogar sagen, wir fangen mit ihm an. Kriegen wir alle drei hier. Ich guck mal, ob seine Reichweite reicht. Ja. Das ist doch perfekt. Und jedes Mal, wenn sie neben einer Runde das beenden, kriegen sie Reposte. Ah, okay. Wenn er das beendet. Nicht ich. Aua. Oh, Doppelangriff. Interessant. So, wo ist sie? Sie kann... Nee. Sie. Sie kann auch nochmal zwei oder drei angreifen. Würde ich sie hierhin stellen. Jawohl. Und ich könnte jetzt zwei Leuten Reposte geben. Okay. Aua. Stehen nebeneinander. Sehr gut. Jetzt ist der Wolf dran. Jetzt ist er hier. Na dann. Zank. Damit hast du nicht gerechnet. Reposte, Reposte. So, das ist der Alpha und das ist ein Alpha, nicht? Aua. Ah. Oh, der hat reingehauen. Der hat rein... Neihe zwirbelt, wie man so schön sagt. Ähm. Jetzt stehen beide nebeneinander. Gut. Gut. Der wäre tot, der nicht. Da würde ich mich wahrscheinlich selber treffen. Dann erstmal ihn wegmachen. Jedes Schwein, was weg ist, ist ein Schwein weniger. Boah. Oh, er trifft sogar beide, weil die sich gut hingestellt haben. Sehr gut. Reposte gegen Reposte. Finde ich gut. Dann kann er es noch treten. Ich kriege das nämlich Destabilisierung. Jetzt ist unser Pferd noch dran. Bam. Eigentlich müsste er laufen. Aber ich kann... Greift der gerade zweimal an in einer Runde? Aua. Ein Singlet. Uh. Au. Okay. Ne, die sind zu krass. Die sind zu krass. Die kann ich nicht angreifen. Das geht zu... Für ein bisschen Fleisch geht das zu sehr. Zu sehr ins... In die gefährliche Richtung. Die sind uns übereinfach. Da muss ich danach acht Heitränke für drei Fleisch oder sowas raussetzen. Die haben ja nichts Besonderes. Lohnt nicht. Da breche ich die Sache lieber ab. Genau deswegen speichere ich. Deswegen merke ich Sachen, wo man nicht speichert. Weil man sowas einfach nicht abschätzen kann. Wenn eine Nummer dran stehen würde, irgendwie... Die sind Level 18. Und ich weiß, ich bin Level 13. Aber ich habe sogar keine Chance herauszufinden ohne einen Kampf. Um zu wissen, sind die mir über oder nicht. Jetzt weiß ich, die sind mir über. Auch nachdem ich den Kampf betreten habe, nicht? Ah ja, Bestellbestätigung. Jawohl. Sehr schön. Ähm... Warum geht bei Alt auf einmal mit dem Windows auf? Hä? Merkwürdig. Okay. Ähm... Schmiede. Können wir was schmieden? Nur eine Rüstungsverstärkung. Uthelm. Ne. Wir können Sachen verstärken langsam. So wie die Waffe. Such die Arbeit. Unsere Aufgabe... Blablabla. Kopfgeldkassieren. 470. Sehr schön. Konvoi. Okay, die machen wir. Da unten. Leichenbestatter. Einige Leute wurden beim Plündern der Leichnam auf dem Schlachtfeld gesichtet. Das darf so nicht weitergehen. Da kümmern wir uns drum. Kein Thema. So. Hier immer noch die gleichen Leute. Ein Dieb. Brauche ich nicht. Noch ein Dieb. Brauche ich nicht. Sie ist Zivilist. Ihr habt euch verirrt. Braucht ihr irgendwelche Informationen? Kommandant. Der Brunnen. Achso. Was ist sie? Barde. Krieger Barde. Barde bräuchten wir. Ich kann nicht noch einen Baden mitschleppen jetzt. Wichtiger wäre ein Bergarbeiter. Oder ein Heilkundiger. Dann könnten wir nämlich in gefährliche Kämpfe gehen. Ohne Bedenken. Ist hier irgendwas in der Kirche? Speichern. Speichern. Erstmal da zum Schlachtfeld runter. Und da auch ein bisschen aufräumen. Was haben wir hier? Holz. Ah, das sind die hier. Kann ich die gefangen nehmen? Ich weiß gar nicht, wo das Zuchthaus ist. Grüß euch Kollegen. Was ich hier tue, fragt ihr? Na, ich plündere Leichen. Schaut nicht so angeegelt. Ich bin sicher, ich habe mit so manchen euer Opfer das gleiche gemacht. Seht ihr? Wusste ich doch, dass ihr Kollegen seid. Untersuchen. Okay, wie sehen die denn aus? Würfe. Plünderer. Kein Job. Stärke 15. Uh. Gar nicht schlecht. Rekrutieren. Ja. Ihr habt blablab abgeschlossen. Ja, das ist doch cool. Dann können wir sie nämlich... Umändern. Ja, einen freien Job vergeben. Bergarbeiter oder Alchemist? Ich glaube, bei ihr mit der Stärke wäre Bergarbeiter wichtig. Ja. So. Sie kann werden. Vorhut. Zieht sich zurück und greift in gerader Linie an. Ne, ist doof. Fügt ein Einheiten im Bereich Schaden zu. Fügt dem Ziel 8-11 Schaden zu und bewirkt 3 Runden lang eine Schaden. Schwächung. Wäre auch schwer. Ich würde sie gerne... ...auch umändern. In so Einzelkampf. Ablenken. Mehrere Gegner. Das da. Okay. Und sie kriegt auf jeden Fall Bewegung. Verfassung. Stärke. Stärke. Sie hat 50. Oh, der hat sogar 56. Was die zweitstärkste von... Ne, er hat auch noch Torus. Aber trotzdem nicht so verkehrt, die gute. Rüstung wäre schlechter. Haben wir noch irgendwelche anderen Sachen? Die Rüstungsverstärkung kann nur an der Rüstung Level 6. Das haben wir noch nicht. Jetzt reicht die Nahrung für 15 Tage. Aber dafür haben wir einen Bergarbeiter. Das heißt, wir könnten Eisen abbauen gehen oben auch. Aber erst mal hier auf den Feldern gucken. Mühle. Speichern vorher. Let's play. Was haben wir hier? Weizen. Sonst nix, oder? Ne. Da ist auch noch was. Auch nochmal Weizen. Möchtet ihr diese Karte kaufen? Sie ist alles, was von meinem alten Leben geblieben ist. Aber meine Kinder brauchen Nahrung und dringender als Waffen. Äh, kaufen für 30. Machen wir doch. Oh, ihr wollt sie wirklich taufen? Danke, hab vielen Dank. Ich bin hier so erleichtert, dass meine Kinder diese Woche nicht hungern müssen. Jo. Okay. Und was steht auf dieser Karte drauf? Okay. Auf irgendeinem Berg hinter Dings. Das wird hier oben irgendwo sein, ja. Wir müssen jetzt südlicher laufen. Also von uns aus. In die Richtung, ja. Sehen wir hier irgendwas interessantes in der Ferne? Vogelscheuche. Nö, oder? Wir laufen über die Felder. Wir haben hier noch ein bisschen Lauffähigkeit. Fähigkeit. Okay, da mische ich mich nicht ein, würde ich sagen. Da ist was Interessantes. Eine Burg. Fortschritte. Das finde ich gut. Entdecker. Nächste Stufe. Stufe 4. Dan, dan, dan. Geheimnis und Wahrheit. Aggressionsreichweite von Tieren verringert. Okay. Kosten von Gegenständen der Gilde der Fährtenleser verringert. Hm. Das Ausrotten eines Rattenes gewährt Einfluss. Brauche ich nicht. Verdoppelt das über das Lesepult gewonnene Wissen. Okay, das ist interessant. Kosten zur Aufwertung einer legendären Waffe um 50% verringert. Nicht schlecht. Fackeln halten länger. Beleuchtung im Kampf in einen größeren Bereich. Okay. Verkaufspreis aller Studierter Antiquitäten erhöht. Interessant. Wuchungsproben erhöht. Brauchen wir nicht. Widerer. Wir können mehr Tiere fangen. Rendau erhöht. Brauchen wir auch nicht, oder? Also eigentlich ist Archivar. Mehr Wissen. Am interessantesten. So, Kochtopf. Ah, hier können wir was noch erlernen. Hammelfleisch. Wildfleischspieß. Oh. Aus Korn und Wildfleisch. Und das ist sechs wert. Das heißt, wir könnten die Dinger... Nee, Wildfleisch. Okay, Wildfleisch haben wir nicht. Okay, das heißt, das interessiert uns auch nicht. Hähnchen haben wir nicht. Hammel haben wir nie. Ein Barsch und ein Hecht. Gibt nur zwei Nahrungen mehr. Ist egal. Das sind Rezepte, die wir so erlernen müssen. Alchemist haben wir noch nicht. Wir könnten noch eine Waffe lernen. Schmiede Veteranen Z2. Geistergroßaxt. Wow. Langbogen, Eisenspeer, Eisenaxt. Eigentlich bräuchte ich erstmal nur die hier. Hufeisen, Buckler. Das hier. Schmiede Veteranen Z2. Geisterhelm. Ah, Geisterhelme. Weiß jetzt nicht so. Werkstatt erweitern. Bringt mir nix. Zelt nicht. Fleischtrockengestell. Achso, das war nur das mit dem Öl. Die Strategietafel, nur einen Punkt mehr. Hildner Wiederherstellung haben wir schon. Kannibalismus. Nee, Ortsmarkierung. Schlitzohren. Laufen. Dann könnten wir einmal schneller laufen, aber es verbraucht auch mehr Energie. Also, das ist nur um Leuten zu entkommen. Das will ich eh nicht. Da heben wir uns den Punkt auf, nicht? Burg der Grafschaft Lehert. Dumm, dumm, dumm. Oh, ne Schmiede. Nachdem Klee es geflohen war, brauchten wir Schergen des Grafen. Einen neuen Schmied. Um ihn zu ersetzen, habe ich meine Familie seit Wochen nicht mehr gesehen. Na gut. Rüstungsset. Kaufen wir mal drei nach. Vier. Ich will nicht stehlen. Ich wollte zwei Kohle holen. Drei Kohle. Falls ich die unterwegs mal brauche. und ja, uns fehlt Eisen, nicht? Mhm. Mhm. Glaubt nicht eine Sekunde, dass dieser Krieg irgendwas am Leben hier in der Burg geändert hat. Habt ihr gehört, wie sich all diese Rübe aber meine sogenannte Grausamkeit beschweren? Wie können sie es wagen? Soll ich etwa auf mein Geburtsrecht verzichten, nur weil Vernales einen Traum hatte? Unsere Spione haben der nahe der Burg Vernes seltsame schwarze Konvois gesichtet. Unsere Informationen zufolge scheinen sie große Mengen Gold zu transportieren. Das könnte bedeuten, dass unser Gegner von jemandem jenseits dieser Region unterstützt wird. Diese Konvois müssen gestoppt werden, wenn wir Vernales den Gatern zudrehen wollen. Und da kommt ihr ins Spiel. Ihr werdet mich begleiten. In eurer Mitte werde ich einfache Söldner aussehen, sodass wir die feindliche Gebiete infiltrieren können. Dann werden wir diesen schwarzen Konvoi auflauen und der Sache auf den Grund gehen. Wollt ihr diesen Auftrag übernehmen? Noch nicht. Graf Leert ist bereit, für jeden Fürstlich zu nehmen, der Fegemänner für den Kampf in unseren Rhein rekrutiert. Abtrünnige aus Vernales Armee, wie auch aus unserer, sind der Gegend untergetaucht. Sie sind Fege-Soldaten, aber sie haben jeden Kampfeswillen verloren. Wenn es euch gelingt, mindestens zwei dieser Gruppen für uns zur Sache zu gewinnen, werden die anderen folgen und das Kopfgeld ist euch sicher. Das finde ich doch eine gute Sache. Bei dem anderen weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, nicht? Da sind Banditen. Die müssen da oben lang, nicht? Ja. Dann gehe ich mal durch den Wald. Vielleicht gibt es da hinten auch Eisen oder so. Das wäre natürlich echt nett. Oh, hier ist ein ganzes Lager. Komm ich da hoch? Hier hinten nicht. Oh, Wölfe. Weiß nicht, wie stark die Wölfe hier sind auch. Mal gucken. Wir werden es da rausfinden jetzt anscheinend. Das Schlachtfeld wird auch echt unübersichtlich, muss man mal sagen. Okay. Wir ziehen erstmal unsere Leute auf eine Seite. So. Besser. Okay, hier sind drei. Wolf, Wolf, Wolf. Ein Alpha. Gut, der Alpha wird im Beschlag genommen. Hier sind nur zwei, nicht? Ja. Okay. Du gehst auf jeden Fall hier ran. Du kannst mehrfach schlagen. Okay, ist aber egal. Du bist der. Du kannst einfach schlagen. Du bist die Neue. Mehrfach schlagen. Einzel schlagen. Einzel schlagen. Ah, keine Ahnung. So. Speichern. Kampf. Und dann let's go. Welcher ist denn zuerst dran von denen? Keiner. Hä? Irgendein Wolf, der noch nicht auf dem... Achso, der hier drin steht. Das heißt, da steht noch einer. Dann wäre vielleicht besser, wenn du mit ihr tauschst. Mit ihr tauschst. Oder du mit ihm. So ist besser. Jetzt stehen wir nämlich in der Mitte. Mit ihm hier. Und gehen jetzt an ihn hier ran. Genau, da ist nämlich einer der Wölfe dann versteckt. Der wird auf uns zukommen. Da war er. Verdammt. Egal. Hat sein Todesurteil unterschrieben. Oh, gar nicht so krass getroffen. Oh. Ja, und hat die Rüstung inzwischen krass weg. Wolf gegen Wolf. Okay. Wir haben eine Blutung. Er nicht. Oh, wow. Das Pferd hat sich ja doof hingestellt, nicht? Das habe ich anders geblieben. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte raus aus dem Kampf. Aber das ist manchmal dumm. Ich klicke rechts, links und er hat unten das ausgewählt und ich will es ja abwählen. Aber er schlägt dann. Arr. Weil ich klicke dahin und unten schlägt er. Das ist dann unerwartet. Das ist nicht das, was ich wollte. Okay. Dann ändern wir das, weil der Wolf, der hier ist, da angreift. Dann gehen wir nämlich mit dem dahin. Ich komme da nicht hier ran, an die. Wo ist unsere... Äh, wo ist denn die andere? Da. Und wo ist der andere? Hier. Du kommst da nicht ran. Shit. Wirklich, zeig doch an, dass er durch die Scheiße durchrennt. Also, das sind die Momente. Sonst zeigt er an. Achtung, Dings. vor allem kann ich den Weg gar nicht planen. Drumherum, weil ich nicht Wegpunkte setzen kann. Ach nee. Das sind so die Kleinigkeiten in dem Spiel, wo man echt immer sagt, oh, muss das denn sein? Das ständig dazu führt, dass man dann neu laden muss und dann nochmal zwischenspeichert. All diese unnötigen Nicklichkeiten und so. Hau da mal ordentlich drauf. Und allen müssen wir direkt weghauen. Das ist ja nämlich aus dem Kampf raus. Ich konnte sogar nicht angreifen. Das ist sehr gut. Jetzt stehen hier wieder zwei zusammen. Super. Aber da komme ich mit ihr nicht ran, oder? Doch. Sehr gut. Sogar noch einer weg. Das läuft doch jetzt auch besser. Dann laufe ich mal hinter den. Die kämpfen wieder. Da muss er helfen, auf jeden Fall. Sonst ist er tot. Gerade mit der Blutung ist das nicht so geil. Achso, er macht ja nur anvisieren. Okay. Pferd rennt da durch. Ne, sehr gut. Macht jetzt sogar mal zehn Scharen. Er ist umzingelt. Oh, dann laufen wir mit ihm so. Und so. Perfekt. Ist ja noch dran. Wer ist noch dran? Sehe ich nicht. Als nächstes ist dran. Der ist dran. Der ist dran. Ja, ich brauche unbedingt einen besseren Bogen. Wow. Fünf Scharen. Aber der hat auch Blutung. Immerhin. Au. Unser Wolf wird nicht überleben, würde ich sagen. Gut, dass er sich dahingestellt hat. Und gut, wenn er jetzt schlägt am Rundenende, dann trifft er die. Wann dumm. So, und er muss damit nach hinten laufen, helfen. Perfekt. Das ist aber gut. Kriegt auch noch einen auf die Fresse. 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 Warum schlägt er eigentlich nicht? Das ist so... Okay, die Waffe ist total nutzlos, die er hat, finde ich. Wer hätte es erst treten sollen? So. K.O. Schlägt ein Gegner K.O., während er mit einem Verbündeten kämpft? verfehlt. Au. Zum Glück nur drei wegen des schwächenden Schlages. Und er stirbt wegen Dings. Puh. Ist auch noch okay. Er ist als nächstes dran. Er war als nächstes dran. Dafür ist er direkt dran. Na ja, gut. Gut. Geblutung ist jetzt das Problem. Oh, zwölf sogar. Damit hatte ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Die sind so weit weg hier. nö. Nö. das bisschen können wir auch noch zu Ende bringen jetzt. Nur unser Wolf darf nicht mehr drankommen. Das ist die einzige Voraussetzung. 63%. 63%. Ich hätte speichern sollen. Ich bin so ein Trottel. Ich habe gehofft, bei 63% dann funktioniert es. Dann nochmal den Kampf. können wir den Wolf auch woanders hinstellen. Das ist zu gefährlich da mit dem dass der stirbt. Das ist ja das einzige Risiko was wir derzeit haben. Und Prost. Wolf ja tauschen wir einfach so oder das reicht. Ich glaube dann ist alles gut. Außer ich lasse den Falschen laufen. Das muss ich auch nochmal irgendwie ändern. Der läuft ja als erstes aber der kommt da besser ran. Vielleicht aber von hinten und er kann eh nix. So und er läuft jetzt hier hin. So und jetzt habe ich mich so dumm hingestellt dass er nicht nebeneinander steht kriegt die Krise so nochmal wolf getauscht mit ihm so das speichern wir kampf So muss er stehen mit diese kleinen Details Jetzt steht er nämlich so dass ich doppelt schlag machen kann er bindet ihn das ist scheiße wenn wenn wir das mal hier gleich beseitigen vier schaden jetzt mich verarschen Perlin was ist los seit du Hauptmann bist bei dem ist eh egal ist ja nur anvisieren dann ist er zingelt nicht ja perfekt dann erst treten schade ich dachte er kommt zu uns aber ist gut dann kann sie doppelt treffen jetzt rennt ihr in unseren kreis rein das heißt ich kann ihn erst rankommen lassen wenn er weg ist wieder shit perfekt die stehen sogar nebeneinander für ihn jetzt aber er läuft noch dann kann er da oben vielleicht helfen das das ist das ist doch dumm ich kann ihn gar nicht schlagen lassen mit der waffe die er hat das ist das macht gar keinen sinn das ganze spiel fährt drumherum kann sich verändern dann muss ich den schlag abbrechen dann setze ich den schlag dann verändert sich der kommen die zum schlag so ich verstehe nicht wer sich das ausgedacht hat das macht doch gar keinen Sinn also entweder schlägt er dann ich weiß nicht irgendwie macht das keinen Sinn bei den Waffen aus meinen Augen den können wir noch anpieksen er kämpft wieder mit uns sehr gut er kriegt einen Ofen Nuss das kennen wir schon der Alpha macht mir noch Sorgen so eine neue Runde erstmal so zwei fast weg und einfach nur für die Unterstützung schon mal da rangehen da würde ich meinen eigenen Mann treffen so das heißt er kann seinen Zug eigentlich nur beenden außer der Wolf geht weg und das geht er nur wenn beide tot sind dumm nur nur fünf schaden was ist denn da los ok weg und du läufst dahin au scheiße wenn der rankommt bin ich tot kacke kann doch nicht sein nur weil dieser dumme Dreckswolf nicht kontrollierbar ist und irgendwo hingelaufen ist piss nelke da du kommst jetzt ganz woanders hin dreimal wegen dir Arsch Geige so und das fährt auch irgendwo anders hin kann es doch nicht sein oder so und du kommst dafür da oben hin und ja was machen wir mit ihm eigentlich brauche ich eine andere Waffe du kannst so einfach nicht kämpfen am besten kämpfst du gar nicht nah einen stoß total dämlich das sinnloseste in dem Spiel glaube ich machen wir den Kampf zum dritten Mal wegen des Wolfes und einmal wegen des Bogenschützen okay einmal Bogenschütz zweimal Wolf also ganz ehrlich am liebsten würde ich die aus dem Team nehmen es war am Anfang eine coole Idee wo ich dachte oh geil und dann zwei Wölfe oder so im Team und die fressen viel man hat keine Kontrolle über sie eigentlich ist das scheiße so und er geht schon mal in die Richtung er kriegt nicht beide gerade könnten hier schon mal mit ihm nach da laufen so besser Jetzt kommt ja aber der Wolf auch nicht mehr hier in die quere das heißt ich kann ihn hier erstmal anvisieren lassen kostet mich ja nix wow wow das pferd macht sogar ein bisschen schaden und nimmt ihn in den kampf ist sehr dumm wir können versuchen dass das pferd nicht in den kampf gerät warum macht der so wenig schaden nur noch das macht mir irgendwie sorgen so jetzt kannst du hier helfen kommst nicht mal ran du kommst auch nicht ran ach weil er dem den anderen steht hat er noch anfälligkeit so das ist doch eine bessere situation gefällt mir wesentlich besser drei schaden au okay dann fangen wir mal mit ihm an eine blutung der ist tot das gut der hat nämlich noch rüstung die beiden sind danach weg hoffe ich erst als nächstes dran so jetzt kriegt jeder riposte riposte bam bam gut so er muss den weg für die anderen freiräumen aber ich würde den treffen das würde kaum was bewirken da würde ich den halt mittreffen das heißt er kann auch nur das machen deswegen finde ich ein bisschen dumm dass man nur mit dieser waffe schlagen kann dann so ist irgendwie nicht so geil was verhindert dass man kämpfen kann also würde ich nochmal spielen würde ich nur auf einzel schlag waffen gehen definitiv und vielleicht eine zwei schlag waffe aber mehr als eine kann man kaum kontrollieren erstmal ihn weg ist ein bisschen ja nicht ausgeglichen finde ich so riposte tot sehr gut er kann da hinten hin dann holt er den nämlich aus dem kampf raus wer ist noch dran du kommst gar nicht irgendwo hin nicht ah shit fehlt ein halber meter weil das Pferd sich im Weg gestellt hat okay ein mehrfach kämpfer vielleicht das wäre gut wenn er als erstes dran ist so warte mal schade wenn wir diesen eifer hier weghauen macht mir nämlich sorge ähm erst ihn schlagen lassen nicht nicht du nicht du nicht du Zug von Osbard aber ich will dich doch gar nicht ziehen lassen hä Zug von Osbard beenden alter fick Osbard wirklich gerade also manchmal ist es komisch er hat sich doch nicht bewegt warum ich habe ihn doch nur angeklickt weil sonst steht er nämlich hier wieder im Weg ist ja merkwürdig so richtiger Schlag hier mal rauf wieder Gnadenstoß der wäre tot nächste runde ok oh leoric ist auch echt verletzt wer kommt da nicht ran du war schon du war schon dann ist der schon die runde weg und dann brauchst du wer ist noch dran das zu beenden so jetzt haben wir sie aber leoric hat echt auf ihr dings bekommen er muss echt behandelt werden und das für sieben kadaver aber immerhin moin wolltest du heute nicht was anderes spielen nö hallo mittet das war zwischen stadios und wattage nur die entscheidung ja mit dem wissen kann ich nichts anfangen ich könnte die waffen lernen oder halt die geister sachen ich glaube ich brauche die geister sachen langsam nicht ich meine ich habe 30 weißes leder aber das spiel macht inzwischen hat schon seine schwächen offenbart gerade in den letzten zwei kämpfen man merkt es dann so auf die lange sicht nicht am anfang ist wieder so cool und dann kommt aber je tiefer du einsteigst und versuchst besser zu agieren dann merkst du so Sachen wie der Wolf ist er ist nett dass du so ein Tier drin haben kannst Waffen die mehrfach Schläge machen können am Anfang cool aber wenn du mehr Leute hast funktioniert das irgendwann nicht mehr da wird das Spiel so ein bisschen unausgeglichen dann an der Stelle ich kann ja gucken was die kosten hier Leder Eisen Abwehr plus drei aber ich will eigentlich nicht so aussehen ich finde die Sachen total hässlich hier will ich nicht will ich muss ich ganz ehrlich gestehen würde ich auslassen wenn es geht geister zweit hand streit hand kolben ok das wäre ok bei Waffen ist es mir wurs nicht die wäre nämlich stufe 6 ernähren wir das mal dann kann Wings in der Wings weitermachen und wir sind wegen des Kampfes komplett ausgelaucht hier haben wir schon reingegeben ok wir sind doch fast überladen das ist echt problematisch und du bist der neue du kommst mit ins zelt erstmal wo ist unser Holzfäller du nicht genau dann setzt du dich hin und du kriegst Sirup ein Debuff Kletterhaken warte mal können wir die können wir nicht zerlegen ich wollte gerade die Angelhaken die normalen zerlegen die Drehche haben wir 6 inzwischen ok ich finde eh kaum Angelstellen gerade von daher ist das eh egal das Lagerfeuer könnte ich verbessern das Lesepult ach das muss ich herstellen natürlich dann stellen wir das her gar keine Frage wie machen wir denn das so oder dann eher steht der mit dem Rücken dahin gefällt mir eigentlich nicht so aber kann eher ins Lesepult das ist cool ok dieser kodex ist bestätigt verwendet das Lesepult wiederher zu stellen stellt bestätigte kodexe wiederher um herauszufinden welche Runen sie enthalten auch wenn sie die wiederherstellen, wenn sie wiederherstellen können, sind. Okay, ich muss also die Runen erst erlernt haben. Ich weiß nicht, die habe ich. Die habe ich, glaube ich. Und die andere ist gar nicht drauf. Hä? Ah, ah, das ist so ein Ratespiel. Okay, zwei von drei. Das heißt, das, das und welches hatte ich? Das, dann nehme ich das. Eins von drei. Okay, das heißt, das ist auf jeden Fall drin. Dann sagen wir noch. Von denen ist nur eins drin. Dann das und dann das. Eins von drei. Okay, das heißt, wir wissen, das ist drin. Das ist nicht drin. Und das ist nicht drin. Dann muss das drin sein. Und dann das. Jawohl. Ihr habt den Kodex erfolgreich hergestellt. Wir können ihn jetzt entschlüsseln. Wir können ihn aber nicht entschlüsseln, weil uns noch die beiden Runen hier fehlen. Alles klar. Das hier kann er zusammensetzen. Können wir noch was kochen? Wolfswurst. Oh. Da können wir aus dem Fleisch, was vier ist, das wiegt wie viel? Wie viel wiegt das Wolfsfleisch? Das wiegt eins. Die Wurst wiegt 0,7. Das ist besser. Kochen wir. Dann war mehr Würste. Für 16 Tage nur noch Essen. Oh, oh. Gut. Kommt ja was Neues dazu. Ähm. Dann machen wir mal. Zwei Würste kriegen die. Und dann brauchen wir 25. Dann einmal das. Und das wäre sogar zu viel flambierter Korpus. Und dann noch ein Brot dazu, oder? So. Und die wollen schon wieder Geld haben. Jawohl. Ihre Gefährten sind glücklich. Harz, Rohmaterialien, Räucherfleisch. Und wir haben schon wieder irgendwas gelevelt. Produzent. Aha. Was hier überhaupt? Ah, dann können wir das Lesepult herstellen. Ah. Das heißt, wenn wir hier Level 4 haben, können wir auch irgendwas herstellen dann. Mhm, mhm. Und wir haben weitere... Schmiedesachen oder Tüftlern. Können das Lesepult wahrscheinlich jetzt verbessern. Ja, okay. Was bringt denn uns das? Erhöht während der Rast erworbenes Wissen. Ihr erhaltet bei jeder Rast 10% Wissen. Untersuchung von Antiquitäten fordert einen Tag weniger. Können wir sogar bauen, außer dass uns das Holz fehlt. Das ist aber nicht schlecht. Hier können wir schon mal vorsehen, dass wir das da reinlegen. Und was will er denn jetzt? Ich bitte euch, heiliger Jero, bitte, ich kann da nicht mehr reingehen. Ich kann einfach nicht. All diese zappelnden Ratten. Die Pest, der Gestank, was für ein Eidtrum. Beten. Pflegt den heiligen Jero an, so etwas nie wieder tun zu müssen. Willenskraft um zwei verringert. Bringt eure Besorgnis über die Unfähigkeit des Trupps zu Angstdruck. Nee. Offenbart den anderen eure Ängste. Okay, minus fünf Zufriedenheit, das kriegen wir aber hin. Und ein Ding weniger. Ja. Und dann können wir hier, Enzykrupedist, geb fünf Winsenpunkte aus. Kriegen wir auch noch eins rauf. Sehr schön. So, Nahrung ist wieder auf 17 Tage hoch. Und wir haben jetzt zwei weniger Nahrung müssen wir auch zu uns nehmen beim nächsten Mal. Das ist sehr gut. Das heißt, da sparen wir auch nochmal. Ja, sehr viel passiert, nicht? Mit dem Kampf. Und das war nicht mehr das Ziel. Die haben uns ja einfach so angegriffen, die Wölfe. Dafür haben wir jetzt zwölf Würste. Dann lohnt es sich hier einen Kletterhaken runter zu machen? Nee, oder? Und das sind die beiden Türme, nicht? Und da ist noch eine Brücke. Da ist noch irgendwas zu untersuchen. Bin mal gespannt, wie das wird. Und Prösterchen. Oh, so. Was bist du? Ah, ich wollte die Waffe wechseln von dem einen. Shit. Von dir, nicht? Eigentlich macht es Sinn, den als erstes hier hinrennen zu lassen. Und der muss so weit weg von den Tieren wie möglich. Das heißt, die Tiere kommen hier hin bei ihm. Du greifst als erstes an. Dich will ich mit ihm im Beschlag nehmen. Das ist nicht schlecht. Und das sind die beiden Starken hier. Leoric und Perlin. Ach, Leoric war gar nicht so stark. Perlin war der Starke. Ich verwechsel die immer. Ja, okay. Kampf speichern. So. Dann. An ihn ran. Oh, hier ist ein Bogenschütze. Feuer. Ja, gut. Was soll man da machen, nicht? Sowas zum Beispiel. Und ich hätte ihm Bogenschützen angreifen können. Jetzt hängt die Kamera wieder an diesem Männchen fest. Also, so die Sachen. Das ist... Aber das ist jetzt... Die stehen zusammen. Das ist halt perfekt. Und deswegen kriegt ihr jetzt auf die Glocke. Dong. Und... Dong. Er schießt auch da hinten rauf, nicht? Ich glaube, wenn ich so laufe, kriege ich sogar beide. Und dann sind sie tot. Optimal. Man kann die nämlich schon wieder zurückrennen. Aua. So, er hier visiert die in E an. Mehr kann er ja nicht machen. Dumme Waffe. Das müssen wir auf jeden Fall behalten, das Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Hat to be solved. So, er kann nicht weg, weil er im Kampf ist. Sehr gut. Komm her. Jawohl. Gegenangriff. Du bist auch noch dran. Zang, zang, zang. Du bist auch noch dran. Ja, die, die... Da muss ich gar nicht mehr hin. Hier, ihn kannst du unterstützen. Das glaube ich ganz gut. Okay. Die stabilisieren mal bitte. Tritt die mal. So. Dann stehen die Tiere natürlich dumm da. Und verbrennen alle. Ach, das nervt. Er visiert auch nur an. Er kann also auch nichts. Und er läuft erst mal. Der wäre wichtiger, weil er uns anvisiert hat. Genau. Dann sind wir nämlich nicht mehr anvisiert. Ah, der Wolf geht hier hin. Perfekt. Und er verbrennt nur ihn dadurch. Das ist wie so eine Seuche. Dieses Verbrennen. So. Jetzt muss er hier die beiden angreifen. Jetzt ist die Frage... Wahrscheinlich von hier hinten besser. Das ist wie so eine Seuche. Aua. Ich komme inzwischen gut durch unsere Rüstung. Wir brauchen vielleicht doch die Geisterrüstung. Aua. Er verbrennt. Sehr, sehr gut. Ich hoffe nicht, dass er aufs Pferd geht. Deswegen binden wir ihn da. Aber eine Riposte immerhin. Und verbrennen muss er auch noch. Sehr gut. Und jetzt verbrennen wir deswegen aber mit. Okay, erstmal ihn. Oh, endlich mal wieder ein Volltreffer. Das hat mir lange nicht mehr. Dann kann er da helfen. Er visiert nur an. Super. Jetzt verbrennen wir uns deswegen. Ich glaube, er ist gar nicht so easy. Aber ich kann nur Multitreffen mit dem. Wenn ich Glück habe und mich hierhin stelle. Nee. Vielleicht wenn ich hier stehe. Ich habe immer eine Blutung bekommen, der Typ. Und er ist umzingelt. Okay. Ist auch nicht mehr eine leichte Aufgabe. Ich muss mir die auch sehen. Also mit ihm Plünderer ist an dem Zug. Gnadenstoß. Okay. Nee, nicht. Oh Mann, diese Kamera, die hängt. Das macht mich. Das ist wirklich. Dass es keinen gestört hat bisher. Das wäre von Anfang an. So, jetzt ist nämlich sein Gnadenstoß weg. Perfekt Pferd. Es verbrennt aber, wenn ich Pech habe. Auf jeden Fall muss er raus. Wir müssen also nächste Runde spätestens fertig werden. Wir müssen ihn umzingeln. Genau. Dann können die beiden nämlich mehr... Schaden reingeben. Tod. Easy. Nochmal an den Rand. Dann kommen die anderen nachher vorbei. Aua. Totgewalt. Aber hier ist unsere Heilerin. Das ist gut. Aber ich glaube, den Kampf müssen wir verschieben. Shit. Sehr gut. Sehr gut. Und dann müssen wir neu laden, ne? Du stirbst jetzt. Du stirbst jetzt. Ja, okay. Dann ist der Kampf eh vorbei. Aber wir müssen... Wir dürfen nicht verbrennen bekommen. Das ist das Hauptproblem. Und dafür müssten wir an ihn rankommen in der ersten Runde. Er ist unser... Er ist unser... Unsere Nemesis. Das andere lief ganz okay dann danach. So. Er ist mich dann fast weg sogar. Dann würde ich den hier nach vorne ziehen. So, der visiert ja nur an. Den Bogenschützen habe ich übersehen. Shit. Der schließt jetzt auf die hinten nicht. Okay. Dann muss der als zweites weg. Okay. Das macht ja sonst keinen Sinn. Wenn die Tiere brennen, ist verloren. Ich könnte die Tiere weiter nach hinten stellen. Und auseinander. Dann würde der nicht raufschießen. Das dürfte schon reichen. Und... Er muss auf den... Bogen schützen, ne? Und du auf den... Okay. Nicht so gut getroffen wie jetzt die letzten Male. Aber okay. Das ist nicht das Problem. So. Du oder du? Ich glaube du. Du bist ein Einzelschläger. Wir heben uns das mal noch auf. Er kann auch noch wegrennen. Er schießt auf sich selber und eben... Okay. Ist das okay, dass die kämpfen? So. Jetzt er, ne? Genau. Hey. Bring mir sonst nichts. Aber er bindet die hier. Aua. Er wäre als nächstes dran. Er kann aber auch nicht zwei angreifen. Und er kommt... Doch. Er kommt an ihn ran. Super. So. Destabilisieren. Treffen. Er geht hier ran. Super. Jetzt haben wir hier... Zwei, die wir gleichzeitig treffen können. Zum Beispiel mit ihr oder mit ihm lieber. Weil er ist krasser. Ich habe mit ihm weggehen können, nicht? Aber gut. Jetzt ist er im Kampf. Er ist anvisiert. Das muss man loskriegen. Aber jetzt kann sie hier hin. Und trifft zwei. Und der eine ist tot. Und dann brennen wir nicht alle hier. Und dann gibt sie eine Reposte. Für alle, die im Kampf sind. Jetzt kann noch Pferd und Wolf dazu kommen. Das brauchen wir sogar. Die haben uns nur anvisiert. Das ist sogar gar nicht schlecht. Wir können gucken. Schaffen wir es? Einen von diesen anvisierten. Das sind sogar wir, die anvisiert haben, nicht? 80%, 35%, 100%. Dann auf ihn. Ah, schade. Ich dachte... Ah, könnte reichen, dass er da im Bereich ist. Kommt nicht ran. Okay, erstmal er hier. Das ist ein Gegner. Und das ist ein Gegner. Reposte. Sehr gut. Dadurch ist er frei. Dann kann er... Haha, er kommt da nicht. Ich wollte ihn abwählen. Ich wollte den anklicken. Oh, das sind die Momente. Ja, super. Gut, dann halt auf ihn hier stechen. Riposte. Fast tot. Er darf sich nicht bewegen. Es wäre aber gut, wenn er aus dem Kampf rauskommen könnte. Riposte. Tod. Dadurch ist er aus dem Kampf raus. Sehr gut. Aua. Riposte. Nur neun. Na gut. Riposte, Riposte, Riposte. Okay. 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 Aua. Ähm, wenn ich jetzt laufe, ich treffe immer zwei, ne? Aua. Er verteidigt ihn. Das meine ich. Sein Schlag bringt einfach null. Er ist einfach nutzlos, so wie er ist. Das ist echt schade. Erst ihn. Dann ist nämlich sein Ding wieder aufgehoben. Wir laufen mal nach vorne. Falls wir da unterstützen müssen. Er ist gleich tot, ne? Das ist nicht gut. Und dann gehen wir mal hier hin. Perfekt. Jetzt brennt er. Super. Wir brennen in der nächsten Runde. Pferd brennt. Ist dir aber egal. Er brennt mit. Jetzt ist die Sache. Er ist zuerst dran. Wir brauchen aber erst Punkte. Können wir da hinten erst einen besiegen? Jetzt müssen wir ihn verteidigen. Jetzt müssen wir ihn verteidigen. Wir brauchen ihn. Sehr gut. Au. Er darf nicht nochmal drankommen. Da haben wir ihn. Jetzt brennt er auch noch. Jawohl. Hätte ich den gar nicht da hinlaufen lassen müssen. Er läuft nach da hinten. Kriegt der beide? Der kriegt beide nicht? Ist das mein eigener Mann? Ja, okay. Oh, da muss man so aufpassen. Ich finde, dass das unten rot wird bei den eigenen Leuten. Das ist auch so ein Moment, wo ich denke, das hätten wir doch einfach schöner machen können. Tch. So. Keiner gestorben. Was kriegen wir dafür? Vernichtung. Dass das auch sich sowas überlagert zum Beispiel. Solche UI-Elemente. Oh. Am Anfang nicht so wichtig. Salz. Aber irgendwann nervt es halt. Vernichtung. Robuster Hammer. Okay, der eine kriegt auf jeden Fall einen Hammer. Reparieren. Wir haben nicht genug Medizin. Hä? Ich habe da alles Splindern gemacht, oder? Okay. 455 Gold kriegen wir. Ja, auf jeden Fall. Du hast eine Verfassung um die Hälfte verringert. Okay, das ist krass. Du wirst nicht so wichtig, nicht? Schaden halbiert. Das geht noch. Schaden halbiert. Okay, dann heilen wir aber erstmal... Erstmal niemanden weiter. Verfassung um halbe. Das ist zu gefährlich hier draußen. So, wer hat denn den Hammer, der so scheiße ist? Das bist du, oder? Fügt Ziele. Ignoriert Abwehr. Ist auf jeden Fall besser. Stufe 5. Wir brauchen eine bessere Rüstung. Haben wir aber nicht. Honny ist auch noch nicht... Als Leveln hat die Leute auch echt langsam inzwischen, nicht? Gut, die schaffen wir eh nicht. Mehr. Ähm, jetzt ist die Frage... Da ist noch was, nicht? Zum Erkunden. Zu dem 5 Dinger müssen wir... Die Stadt ist da hinten... Schon anstrengend. Wir können ja mal gucken, wie schwer der Turm ist. Es sieht nämlich nicht so aus, als ob der so übertrieben schwer ist. Er hat nämlich nur einen Dings... Wir gucken einfach mal. Weil ich will ungern hier nochmal hinlaufen müssen. Ähm... Bogenschütze. Zwei Bogenschützen. Eine scheiß Kampfaufstellung. So, Wolf, jetzt mal nach hinten. Du, auf jeden Fall in die Mitte. Fährt irgendwo. So, der Rest kommt hier hin, oder? Wenn ich so einen dreiteiligen... Angriff fahren... Das ist mir eigentlich schon zu viel. So. Wo ist der Bogenschütze 1? Du gehst an ihn ran. Du gehst an ihn ran. Okay. Okay. Wie poste. Wie poste. Au. Okay, besser Ah, sie ist auch verletzt Er schießt nur normal Ohne Feuer Wir haben sogar drei Bogenschützen Jetzt stehen hier zwei nebeneinander Nee, doch nicht Schade Wenn wir uns schon heilen müssen Dann können wir auch richtig kaputt dahin gehen In die Stadt, nicht? Kriegen wir hier beide? 50-50-Chance Wir kriegen alle drei Ja, dann nur ihn erstmal Aua Die sind vielleicht doch zu schwer Für unseren Zustand Süß Der war doch schon dran Können ja zweimal dran sein Alles klar Äh, du kämpfst Ja Erstmal gegen ihn hier Sie ist krass Okay Und ranlaufen Pferd verwickelt sich selber im Kampf Gut Dann stellen wir uns daneben Wenn er nämlich angreift Verteidigen wir das Pferd mit Er trifft uns dafür aber doppelt Gut, war jetzt nicht Cleverste Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht, dass einer der Bogenschützen Auf Pferd schießt Dann haben wir ein Ein richtiges Thema So Hat irgendjemand irgendwas anvisiert? Am ehesten würde ich den Bogenschützen Aber hier So Nächste Runde Wenn er hier weg geht Kann er nämlich besser auf die Leute gehen Und er ist doppelt in Bedrängnis Deswegen helfen wir ihm mal Die sind im Kampf Das ist okay Keine Riposte Das ist schade Die beiden wären wichtiger Nicht? Und das war's Mehr kann er nicht Macht er auch nur halben Schaden Bogenschütze gegen Bogenschütze Okay Er ist besser als wir Aua Er ist fast tot Pferd fast tot Ich muss wegen des Pferdes gleich nochmal neu laden Weil dann gehe ich aus dem Kampf raus Hat er gerade seinen eigenen Mann erschossen? Ja, nicht? Das war natürlich gut Aber es wird uns jetzt nicht helfen In irgendeiner Weise mehr Pferd kann ich nämlich auch nicht wiederbeleben Ich müsste sonst ihn hier Hätte ich Aber ich komme an ihn halt nicht ran Außer er schlägt daneben Ja Okay Einfach so machen wir noch Pferd nach ganz hinten Alter Dieses Ranzpferd Alter Vielleicht verkaufe ich es einfach Das ist einfach dumm Also Kampferde Und Kampfwölfe Und doppeldingige Waffen Einfach Schrott In dem Game So und wir machen hier einen Zweiseitigen Angriff nur Wolf auch ganz nach hinten Ich glaube so ist besser Noch ein Versuch Guter Treffer Trupp anordnen Er hätte Puffer Bündeten im Bereich Okay Das könnte ich auch mal machen So Das ist doch ein schöner Start Ein schöner Start Ein schöner Start So Da ist noch ein Bogenschützel Hilft nicht Hilft nicht Erstmal nicht Den dritten Bogenschütze Okay Trifft seinen eigenen Mann Perfekt Kriegen wir irgendwo mehr als Ein zu treffen Noch nicht Hier vielleicht Hier Ich muss noch einen Schritt nach hinten Kann sie aber nicht Dann erstmal ihn Erzeugt Tapferkeit Das brauche ich nicht Sehr gut Nächste Runde freut sie sich Auf jeden Fall Dann kann er doch jetzt hier hin Gut ihr macht nur halben Schaden Das ist halt Er trifft ja auch mehr als Ein Wer kommt nicht ran Ist blöd Ja dann Stellt er sich erstmal so hin Wann halt echt null Schaden Was sogar Gar nicht schlecht Spinne ich rum Jetzt nicht bei ihr In dem Weg laufen Läuft er jetzt da durch Ne ich dachte schon Hätte ich ja eine Krise bekommen Ich glaube jetzt sind die Tiere Relativ sicher Weil alle im Kampf sind Jetzt wäre eine Riposte Gar nicht schlecht Na schade An den kommen wir nicht hier ran Das wäre aber cool gewesen Aber dann machen wir erstmal Ihn hier Oha Huch Immer noch online Naja klar Es ist freitags Freitags bis 2 Uhr Meistens Willkommen zurück Okay Diese Kamera Nein Ich will einfach die Kamera bewegen Spiel Meine Fresse Manchmal Oh Perfekt Erstmal schön schwach gemacht Mit dem Licht Äh Meine ganze Mannschaft ist schwach Hier Okay Ich glaube ich Ich schieße auf den Bogenschützen Aber das Die Kamera Manchmal so Rumbag Nervt Extremst Das macht richtig Das muss aber auch Es gab ja kein Update Aber vorher war das nicht so krass Das ist schon ein bisschen komisch So er ist ja als erstes dran Er würde als erstes dran gewesen sein Sehr schön Wir können noch einen mit ihm Weghauen Und dann würde ich sagen Geht er Zack Auf diesen Bogenschützen Ich bin eben nochmal weg Diesmal bin ich aber in 10 Minuten wieder da Ja Das sagen sie alle So Und die kann hier 2 treffen Aber das sind 2 von meinen Leuten Okay Wenn sie hier hingeht Kann sie aber 2 Gegner treffen Dann geht sie aber dahinter So Keine Reposte Eine Reposte Sehr schön Weg mit ihm Perfekt Ihn hier weg Er kann 2 treffen Oh ja Perfekt Er kann ihn noch Destabilisieren Und die 1, 2, 3 Oh Er schießt Nimm mich gerade die ganze Zeit Womit ich nicht dran bin Ich kann aber nur 2 treffen Solange er am Kampf ist Mit dem Deswegen müssen wir da alles reingeben Er hat nur noch eine Runde zu leben So Oh diese Kamera Wie man zwingend den einstellen könnte In irgendeiner Weise Ja Wolf Geh doch da hin So Den Auch auseinander nehmen Ist das ein Gegner? Ja Hat er seinen eigenen Mann gerade weggehauen? Trottel So Den werden wir nicht treffen Nicht? Ach Schießt er lieber nicht Au Oh der ist totgeweiht Ja Kamera Danke Spiel Wirklich So Der muss hier hin Er darf nicht mehr rankommen Er darf nicht mehr rankommen Die beiden sind totgeweiht Nicht Er könnte ihn weg Ballern Aber das machen auch die Tiere Andererseits Kommt er nicht raus Sonst Natürlich rennt er da durch Idiot Da hätte ich gerne vorher ne Warnung Sind sie sich sicher? Man sieht's halt einfach nicht Ist einfach schlecht gemacht Okay Besser nix Äh besser ein Treffen Als Gar kein Treffen Sie macht Multischlag Das hilft mir nicht Er macht Einzelschlag Er kommt nur hier ran Dann können die anderen beiden nämlich raus Das ist super Okay Er kann aber nicht weiter laufen Oh der ist auch totgeweiht Ähm So MN13 Wen haben wir denn noch? Weg Weg Wollen wir den Kampf Vorzeitig Gewinnen Es ist nur noch der eine da Ja Sonst sterbe ich Wir können nicht mal reparieren Wir Und für Wirklich scheiß Sachen Ich hoffe Hier ist wenigstens was drin Für ein bisschen Nahrung Und Hanf Wow Okay Dietrich Okay Wir haben ja mehrere Hä? Hä? Da Großes Roheisen Lederriemen Militärbericht Okay Militärbericht Was sagst du denn? Wissen wird erhöht Okay Das ist nicht schlecht Was haben wir hier? Den Riemen Dings Buns Die Waffen Die Waffen kommen mal nach unten Und die Rüstungssachen Was haben wir noch? Ja die Rüstungsfetzen Könnten wir noch machen Nicht? Den meiste Den konnte man auch Irgendjemandem geben Das Pferd ist noch nicht aufgestiegen Immer noch keine aufgestiegen Ja wir müssen jetzt nur in die Stadt zurückkommen Ohne Kampf Das ist jetzt Das Hauptproblem So was ist denn das? Um die Knöchel von Kämpfen gewickelt Riemen die Hände Lederriemen Fertigkeit Abwehr erhöht Okay Du hast echt wenig Abwehr Nicht? Ich glaube die haben alle echt wenig Abwehr Das ist so ein Problem Okay aber du hast gar nichts Dann kriegst du das Meißel Okay Das ist ein Berufsding Das ist gut Auslöschung Ähm Was haben wir denn da? Wer hat eine Axt? Du hast so einen scheiß Hammer Nicht? Aber der Hammer ist dumm Die Axt wäre besser Auslöschung Fühlt den Einheitenbereich Hier kriegt der Steffa Stöß einen hinten zurück Hat der auch Auslöschung? Der hat Gnadenstoß Visiert Okay Visiert den Bereich an 20 22 Hat mehr Stärke Aber Hat eine schlechtere Kampffähigkeit Wer hat denn noch? Kannst du das nehmen? Kann die Waffe des Typs Nicht benutzen Kann die Waffe des Typs Nicht benutzen Kann die Waffe des Typs Nicht benutzen Könnte Wäre sogar Stärker Das ist jetzt Entfesselter Schwall Achso Das ist diese Fähigkeit Neun Schaden Hm Ne Ich brauche lieber den Einzelkämpfer Die Waffe hier ist doof Können wir zerlegen 72 Gold Oder verkaufen 72 ist schon viel Das ist ein halber Sold für die ganze Truppe Oh Mann Okay Ja jetzt müssen wir von hier halt nur Leben wegkommen Das wird Spannend Ich mache mal dafür einen neuen Spielstand Oh Natürlich Und gehe kurz Pipi machen Bis gleich Bis gleich Bis gleich Vielen Dank. 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 Wir gehen auf jeden Tag. Wir gehen auf jeden Tag. Nein, das ist ja okay. Das kann ich zerlegen. Warum ist... Ich habe... Und... 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 gut, ich könnte... Koh... Koh... ... Ich... ... Und... Ja, ja... ... 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 Dankbar, wenn ihr mir ein paar Blumen beschaffen könntet, Schneelinien, um genau zu sein. Haben wir. Bitte sehr. Dank euch kann ich mich endlich wieder in die Arbeit machen. Nehmt dies als Dank. Ich hoffe, es wird euch nützlich erweisen. Tragbare. Wir reden gerade noch über Krankenversorgung und jetzt kriegen wir eine Tragbare. Eine Verletzung wird während der Rast geheilt. Oh. Die stellen wir auf jeden Fall her. Sofort. Instant. Äh. Ey, ich wollte das noch platzieren. Eigentlich müsste der eher hier hin. Wir müssen da mal ein bisschen umsortieren. So. Falls wir einen Kranken haben. Können wir nämlich jemanden heilen lassen. Ich glaube, das ist wichtig. Die schleusen in Krankenhäusern und Pflegeheim, äh, die schleusen in Krankenhäusern und Pflegeheim Praktikanten ein, die damit versteckt der Kammer hinter den Kulisten filmen. Da werden an Patienten Untersuchungen vorkenommen, die gar nichts mit dem eigentlichen Krankenbild des Patienten zu tun haben, nur weil die für die Untersuchung mehr von der Krankenkasse abgerechnet werden, als für die eigentliche Untersuchung. Und wie viele Vorfälle mehr? Ich kann das Misstrauen gegen Ärzte und solche Einrichtungen, äh, komplett nachvollziehen. Die Dokus empfehle ich bei Gelegenheit mal. Ja, ich werde nie Zeit dafür haben, davon abgesehen. Aber, äh, aus familiärer Erfahrung meiden wir eigentlich auch Krankenhäuser, nicht? Das ist schon, also was da alles passiert, also wir haben, ja, zwei Fälle, wo Sachen im Menschen vergessen wurden, sag ich mal. Das ist auf jeden Fall nicht geil, nicht? Und da fragt man sich schon, ähm, muss das denn sein? Sag dem ab nicht, dass ich das je gesagt habe, aber Fürst Vinales, plötzliche Vision von Jero kommt mir etwas seltsam vor. Meint ihr nicht? Ich bete seit mehr als zwei Jahrzehnten täglich und mir hat der Lenker nie geantwortet. Oh, die ist so clever. Seid ihr hier, um für die Genesung der Soldaten und den Sieg von Fürst Vinales zu bieten? Das solltet ihr auch. Fürst Vinales ist ein frommer Mann. Jero ist ihm im Traum erschienen und hat ihn zum einzig wahren Herrscher über das Land der Korn. Als Abt, das ist meine heilige Pflicht, ihm zu helfen. Und so kümmere ich mich um seine verletzten Soldaten, aber ich wünschte, ich könnte mehr tun. Würdet ihr wohl ein paar Aufgaben für mich erledigen, wenn ich euch bezahle? Wie wär's, wenn ihr diesen Thronräuber Leer davon abhaltet, seine Steuern einzutreiben? Das würde die Bauern das Leben leichter machen und ich könnte die Verletzung angemessen verpflegen. Okay. Wenn ich die Mission annehme, dann falle ich dem anderen in den Rücken. Oh, wir können mal fischen gehen. Da ist auch noch eine Fischerstelle, aber erstmal hier fischen. Denn Fischers frischt frische Fische. So, sie hat lange nicht mehr geangelt. Ob sie es noch kann? Es gibt sechs Fische. Und sogar ein Holz noch. Und noch ein Hecht. Super. Wieder für einen Tag mehr Nahrung. Oh. Wütende Bauern. Gefällt mir gar nicht. Schwierigkeitsgrad schwer. Freilassen. Alter, Zollposten. Ich hoffe nicht, dass die uns angreifen. Das, was zum Untersuchen hat. Da liegt nur wieder was drin, was ich nicht mitnehmen will, nicht? Ich glaube, die greifen mich nicht an. Aber ich glaube, wir brauchen auch eine Person mehr, nicht? Ich, ich guck mal. Die, die laufen ja die ganze Zeit hier. Kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Hä? Ich dachte, ich kann mit denen reden vorher. Mit den anderen, die auf der Weckkarte laufen, kann man reden. Ähm. Okay. Oha. Oha. Nee. Das ist mir nix. Ich glaube, die sind zu stark. Ja, solche Fälle hatten wir auch schon. Da wurde bei der OP festgestellt, dass man das falsche Bein operiert hat, um eine Schiene einzusetzen, weil es im Arztbuch falsch festgehalten wurde. Äh. Auch wenn du wirklich mit Schmerzen im Krankenhaus liegst und jeden Tag kommt ein anderer Arzt, der dich die gleichen Fragen stellt und dann sagt, oh, das hat der Oberarzt nicht aufgeschrieben. Oh, das hat der, äh, das haben die, hm, Tagesärzte nicht aufgeschrieben. Oh, das hat der Nachtarzt nicht notiert. Und du denkst dir nur so, Alter, ich lieg hier im Koma halb und muss mich an die Sachen erinnern, weil die nix mit Schnüden schneiden, nicht? Also, puh. Geil ist anders. So, schaffen wir das. Stufe 6. Alter, nee. Wir schaffen nicht mal in Stufe 3, Dings. Ich guck mal, aber weil wir grad hier sind, ich guck einmal, was die für ein krasses Level haben. 79. Ja, komm, wenn wir es schaffen, schaffen wir es, nicht? Wenn nicht, dann nicht. Es sind nicht so viele, es sind, ach, da hinten. Es sind nicht so viele und es sind so viele. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Oh, der hat sogar ein Dings. Was kann er? Auslöschung. Äh, ja, dann geh mal auf ihn und mach Auslöschung. Die Geisterwaffe ist cool. Und dann können wir noch laufen. Dann geht er nämlich zu uns. Er geht ans Pferd. Au. Okay. Na, das Pferd. Ja, wir müssen, glaube ich, das Pferd loswerden. Das ist Quatsch, dieses Pferd. Die Frage ist, gehen wir nach Norden weiter, um in eine andere Region zu kommen. Ja, aber ich muss sagen, vielleicht hätte ich den dynamischen Schwierigkeitsgrad erwähnen sollen. Aber so insgesamt, ich glaube, mit dem muss ich reden. Mal gucken, greifen die mich an? Ne, die greifen mich nicht an. Warum auch immer. Okay. Mit denen kann ich wieder reden, nicht? Lieber sterbe ich, als dass ich zu Lea zu mir zurückkehre. Der Mann ist ein Unheult. Bestechen. Glaubt ihr wirklich, Lea hat wird gewinnen? Wenn das der einzige Weg ist, diesen Krieg zu beenden, dann soll es so sein. Okay. Haben wir den schon mal einkassiert? Eine Quelle. Okay. Okay, kann man mit Leuten reden. Ich dachte, da gibt es Wasser. Diese Bestie stinkt ekelhaft. Ja, warum sollte ich die nehmen? Nachher ist es deren. Ich habe mich freiwillig gemeldet, um die Brunnen zu vergiften. Das ist einiges sicherer, als an der Front zu kämpfen. Okay. Ich spüre meine Beine schon gar nicht mehr. Wir haben diesen Kadaver kilometerweit geschleppt. Was sucht ihr hier, Söldner? Pah, ist ja auch egal. Sagt, was haltet ihr von einem Brunnen zu vergiften? Vanales hat nur noch einen übrig. Und was ich nicht übrig habe, ist noch was zu trinken. Moment. Moment. Das müssen wir ändern. Und Prost. Naja, aber man kann sich über so vieles in der Welt aufregen. Ich habe, muss sagen, so ein bisschen die Lust zum Aufregen eigentlich verloren. Man muss es ständig machen, aber irgendwie so, man ist einfach müde davon. Auch hier über so Spiele-Sachen, so die Entwicklung, Sachen, die nicht passen oder, oder, oder. Ach, das heißt immer so. Man merkt, die Leute haben ihr Spiel auch nie selber gespielt. Das ist immer so schade an manchen Stellen. Ähm, Vanales hat nur noch einen übrig. Eine weitere Chance bekommt ihr nicht. Und das soll sich für euch lohnen, glaubt mir. Eine Heldentat kann man am besten Willen nicht nennen. Aber Vanales hat diesen Krieg angefangen. Also müssen wir ihn beenden, auf welche Art auch immer. Stimmt's? Ich weiß gar nicht, wer zu wen gehört. Lehard. Ist jetzt Lehard der eine oder der andere? Ihr werdet schon sehen, das ist kinderleicht. Werft einfach irgendeinen alten Kadavernswasser. Wir haben diesen hier mitgebracht, aber ihr könnt genauso gut euren eigenen nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob Lehard. Vanales, Lehard. Keine Ahnung. Ich komm hier in die Region und die fragen mich Sachen. Burg des Grafen Lehard. Vanales hat nur noch einen Brunnen übrig. Okay, Vanales ist der, den ich angreifen will. Okay, okay. Wir sollen ein Schwein da reinwerfen. Das klingt gut. Das machen wir. Wir nehmen dieses Schwein. Nehmen es. Okay. Und wo ist jetzt dieser Brunnen? Quelle. Hä? Ah, hier. Das Wasser ist frisch und rein. Äh, werfen. Das haben die nicht immer hängen bekommen. Perfekt. So sieht ordentliche Sabotage aus. Hier nehmt euer Gold von meinem Sold. Und passt auf, dass euch niemand sieht, wenn ihr geht. Lieutenant Askeria hätte uns letztes Mal fast auf frischer Tat ertappt. Okay. Die erste Mission in dieser Region haben wir abgeschlossen. 25%. Und ich würde ungern den Gläubigen unterstützen. Ne, ich speichere mal lieber. Also jemand, der nachts einen Traum hat und meint, er muss auf einmal über allen stehen. Äh, ich weiß nicht, ob das nicht schlechter ist. Ist hier Kartenende oder was? Wie schlecht ist denn das gemacht, bitte? Ähm. Okay. Ja. Okay. Jetzt wird's immer, also jetzt kommen immer mehr Sachen hier zum Vorschein, wo ich denke so, boah, hätte ich doch ne Karte einfach mit Bergen drumherum gemacht. Warum designe ich das denn so? Dann muss ich so ein, hier ist Ende, Alpha Wall machen. Das ist ja, das ist ja schön. Und ich dachte, ich komme hier halt oben rum raus, nicht? So, wo ist jetzt unser Gelehrter? Äh. Dann kommt der lieber hier ran, unser Gelehrter. Du machst schon das Fleisch. Hier können wir nix herstellen. Wir haben auch keinen Kranken. Wir können auch nicht kochen. So, was wollen sie denn essen? Äh, vielleicht kriegen sie hier mal einen Schnapse oder sowas. Hier, wir haben doch vier Wein. Dann kriegen die mal einen Wein. Dann kriegen die hier zwei Würste. Und zwei Brote. Und einen schönen Fisch. So, wir haben ja frisch einen Fisch gefangen. So. Und einer will mit uns reden. Wenn das so weitergeht, werde ich nicht mehr lange durchhalten. Meine Rippen tun wehen und ich sehe immer noch alles verschwommen. Weinen. Okay. Verbergt eure Ängste. Nee. Überanalysiert eure Ängste. Fordert eins. Er hält minus drei. Minus zwei und minus sechs. Ja, also ich kann zwischen minus zwei und minus drei oder minus sechs oder Ermüdung überanalysieren. Okay. Okay. Was ist, wenn wir hier lang gehen? Kommen wir vielleicht zu den anderen. Sieht mir nach Banditen aus, die ich nicht besiegen können werde. Ich will eigentlich aus dieser Region. Die ist mir, glaube ich, zu hoch levelig. Ich will in den Norden gehen einmal. Und gucken, ob es da besser ist. Weißen wir nicht, ob wir lebend zurückkommen. Dann würde ich das Kriegspferd loswerden und den Wolf. Ich glaube, die werden uns jetzt angreifen, nicht? Kann ich den irgendwie ausweichen? Ich speichere mal lieber nochmal. Da wäre noch Holz. Ich weiß noch, wie ich einfach 20 Holz verkauft habe, weil ich einfach zu viel Holz hatte. Die Zeiten waren schön. Das ist die Frage, wollen wir da hochlaufen? Ich glaube, da kommen echt nur Leute, Wein und Rubinen. Aber ich nehme hier den Leuten nichts aus ihrem Opferstein raus. Wer bin ich denn? Ich bin ja kein Plünderer. Können da unten nochmal angeln gehen. Aber ich würde mir da den Angelspot fürs nächste Mal aufheben. Wir haben genug Nahrung. Die gehen auf uns auf Jagd, nicht? Ich speichere mal, weil falls ich aus Versehen in die Stadt gehe und dann kommen da Wachen oder so. Oh. Sie hat auch nur schwere Kopfgeld. Julos Mannschaft. Ja, super. Das ist wahrscheinlich die, die wir gerade gesehen haben. Aber das ist immer ungünstig. Äh, nee, ich wollte noch nicht raus. Was bist du? Immer noch Dieb. Ein Gelehrter. Noch ein Gelehrter. Super, jetzt Gelehrte. Der hat nichts Neues. Gut, wir können auch das hier holen. Ah, 4, 6. Ich finde das so teuer. Der Weizen ist im Angebot. Dann holen wir den. Dann kann unser Koch nämlich direkt neue Brote machen. Für 18 Tage haben wir jetzt wieder Essen. Sehr gut. Wollen wir noch irgendwas? Schmieden? Können wir was schmieden? Äh, wir haben einen neuen Eisen. Wir können, glaube ich, was schmieden. Hat er Eisen inzwischen? Nee. Und wir können ihm das hier verkaufen. Können wir sortieren nach Preis. Ich glaube, diesen Ball brauchen wir nicht und die Augenheizkette, oder? Schmuckstück. Ich verkaufe mal die Schmuckstücke. Schmuckstück. Kann weg. Schmuckstück. Also, bis jetzt haben wir keinen gefundenen Schmuckstück, der das in irgendeiner Weise bräuchte. Das Leder ist halt schwer, weil wir wenig herstellen und die Nahrung. Jetzt haben wir nur 256. Das ist schon okay. Ähm. Okay. Schmiede. Bestätigen. Geister Großgladius oder die Geister Großachs oder der eiserne Zweihammer. Den könnten wir herstellen. Okay. Dann speichern wir mal. Nicht, dass wir wieder das gleiche Problem haben. Hammer oder Axt? Hammer, nicht? Wir gucken nochmal unsere Truppe. Gladius. Okay. Die Axt ist immer im Blau. Wir brauchen unbedingt einen Zweihammer. Okay. Okay. Ja, der Zweihammer ist wichtig. Okay. Ach, Geister fehlt Holz. Uuuuh. Okay, ich kann nur die Geister Großachs machen. Dann machen wir die und gucken, ob das was bringt. Wenn nicht, laden wir. Stufe 6. Verstümmeln. Einheiten im Bereich wird Schaden zugefügt. Okay, jetzt gucken wir mal. Wer kann dann die nehmen? Du zum Beispiel. Und du hättest Auslöschung. Fügt ein Einheiten im Bereich 20 zu. Stößt Einheiten um einen Meter zurück. Blutung 26. 20. Lohnt sich gar nicht ihn aufzuwerten. Ich glaube, die Axt ist Quatsch. Die ist sogar gleichwertig. Erfordert Stufe 5. Könnt ihr noch nicht mehr tragen. Okay. Also Quatsch, die Axt herzustellen. Das heißt, wir brauchen Holz. Können auch über den Berg und uns da unterlassen. Dann können wir nachher hier hoch, ohne immer drum herum zu laufen. Da wäre aber Holz. Egal. Das ist jetzt. Ich hole jetzt nicht da Holz, weil da sind vielleicht Wachen. Obwohl oben waren diese Wölfe, nicht? Shit. Und diese Eber. Ja, okay. Wir werden sehen, was uns zuerst tötet. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Achso, und wir haben hier jetzt ein... Wir können hier Eisen abbauen gehen. Ja, und da sind die Viecher. Da müssen wir echt aufpassen. Platziert den Cursor auf dem Bergbaukreis, drückt, wenn der Kreis über den Grauen liegt. Okay. Das Grau ist aber falsch, weil es braun ist. 6 Eisen, ein Sandstein. Sehr gut. Oh. Sehr gut. Hier kriegt man richtig viel Erz raus. Ich höre irgendwas laufen, ich sehe es nur nicht. Wir speichern mal sicherheitshalber. Da ist es. Ja, ja, nee, die schaffen wir nicht. Ich komme zurück. Wir sind schon wieder Exhaustet. Und unbedingt das Holz da unten, aber die Wölfe sind zu krass. Okay. Unser Gelehrter kann hier weiter dran stehen. Okay, der kann aber wieder da hin. Wir müssen einen hier rausziehen. So, der kann da hin gehen. An sich ist es ganz cool, nicht? Aber so 100% es hätte glaube ich nochmal so ein Rundschliff gebraucht. Das Lagerfeuer aufwerten macht glaube ich Sinn. Holzverbrennen, um Kohle zu erzeugen. Ich mache das mal, weil ich glaube, wir kriegen immer mehr Probleme sonst mit den ganzen Sachen. Noch einen robusten Angelhaken. Vorrat der Macht. Kochen kannst kannst du nicht noch mehr. Wir haben schon. Wir bezahlen den Trupp. Kriegen Fleisch, Wurst, Brot und jetzt kann ich Holz zu Kohle machen. Das heißt, ich muss Kohle gar nicht mehr kaufen, aber Holz ist schwieriger zu kriegen, nicht? Und das erzeugt auch noch dauerhaft das Lagerfeuer. Ha! Gut, wir sind so oder so zufrieden, nicht? Ich könnte ihnen natürlich nicht die volle Nahrung geben. Gibt minus zwei Unzufriedenheit, drei gewinnen wir, vier gewinnen wir. Ich mache das mal so. Ah, dann sind sie sauer, oder? Noch ein Brot. Sind wir bei 20. Noch ein Brot, sind wir bei 24 und das sind wir bei 25. Ich kann sie nicht hungern lassen, die armen Leute. Vieren zugewonnen, wir sind wieder voll. Lagerfeuer, 15 Glücklichkeit, wir haben einmal Kohle, Räucherfleisch und Rohmaterial. Sehr gut. Und hier in dem Pult braucht er noch einen Tag. So. Dann können wir hier schon mal wieder vorbereiten. Ähm. speichern. So. So. Speichern. Ich speichere mal über das Alte. Untersuchen. diese Flüchtlinge wurden auf der Flucht durchs Gebirge von Schlaf und Bogenschützen getötet. Okay, ein paar Kletterhaken. Nicht schlecht. Hier ist ein See. Hier kämpfen welche. Ist die Frage, mischen wir uns da ein. die suchen uns. Ab im Wald. Ich glaube, auch sowas hier ist gescriptet. Oder? Stufe 6. Okay. Ich glaube, hier oben ist es auch ungemütlich für uns. Ich gehe unten lang. Wenn die KI nicht ständig festhängen würde. Also, alles so Wegfindung scheiße, das scheiße. Ja, Stufe 6. Okay, ich komme hier nicht raus. Ich glaube, das ist damit dann gegessen. Das ist halt nicht, wie schwierig die sind. Wir können ja mal gucken. Da sind sie. Das ist der Geist von Harak. Tötet sie. Ausgesetze Belohnung Gladius des Legionärs. Angreifen. Bogen der Legion. Bogen. Stufe 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schaffen wir nicht. Ähm. Okay. 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 Sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen falsch war vom Spiel aus. Wie bin ich da bitte rausgekommen? Ich habe einfach Abbrechen gemacht. Okay. Ich glaube, das war nicht der Sinn dahinter. Warum wächst du mich bitte? Einfach hier taghelles Licht zu machen. Aber okay. Ich sage mal nicht nein dazu. Die Tragbare könnten wir auch erweitern. Dann könnten wir sogar zwei Leute heilen. Fleischtrockengestell. Das Lesepult erweitern. Ja, wir kriegen hier Punkte. Zahlungsmoral. Sehr gut. Führt uns auf jeden Fall noch eine Stufe näher ran. Jetzt ist nur die Frage, wo lang? Aber das... Das kann... Ja, Wölfe. Die Wölfe sind zu krass. Okay. Zwei Sekunden später hat sich geklärt, wo wir lang können. Ich meine, wir könnten uns versuchen, da lang zu schleichen, nicht? Dass die Wölfe weg sind. Aber wird es da hinten besser? Ich meine, da ist schon der Grenzübergang. Da will ich hin, nicht? Und an die muss ich ran. Weil die sind oben auf dem Felsen. Ich will mir hier einen Haken hinmachen, dass ich von hier... Also, wenn ich hier rübergehe, hier wieder hoch kann. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Aber eigentlich will ich hier gar nicht mehr hoch, nicht? Na. Hallo. Diese KI. Dann drückt man. Und dann hängen die sich einfach an diesem Baum fest. Äh, an diesem Dingscheiß fest. Alter. Könnte ich ausrasten. Denn lauf doch drumherum. Wegfindung ist nicht so schwer. Und ich sehe die Wölfe gar nicht, aber die sehen mich. Wow. Ja. Lauf doch mal. Ich könnte sie ablenken, aber mit zehn Fleisch, Alter. Sind zehn Wölfe. Sind halt einfach zu viele. Ich weiß auch nicht, als ich hier reingelaufen bin in die Region, war das nicht so schwer. Irgendwas hat sich halt geändert durch irgendeine Situation. Mir war gerade so. Ich will ja nicht, dass du einschläfst. Ja, ich merke mir das. Dein Name ist notiert. Du stehst auf einer Liste. So können wir hier vielleicht an denen vorbei, ohne zu kämpfen. Ja. Lauft. Lauft. Sag mal. Ich glaube manchmal, ich bin hier im falschen Film. Okay. Stufe sechs. Verhandeln. 84 und 79. Okay. Ich komme einfach an keinem vorbei gerade. Wir versuchen noch mal so und wenn die zurücklaufen, an ihnen vorbeizukommen. Es wäre halt auch cool, einfach den Radius zu sehen und so eine Sachen. Nicht? Ab wann greifen die mich ab? Ab wann sehen die mich? Manchmal ist sowas kurz da, aber die meiste Zeit halt nicht. Juhu, ich stehe auf einer Liste. Sei dir mal sicher, auf dieser Liste willst du gar nicht stehen. Okay, jetzt stehen wir hier acht Tage rum. Gut. KI hängt. Jetzt bewegt sich die KI. Ah. Wirklich. Also das Spiel ist so cursed. Das macht keinen Spaß mehr. Also das war das letzte Mal, dass ich es gespielt habe auch. Hat cool angefangen, aber offenbart jetzt am Ende so einfach die Schwächen. Gerade wenn man es ein bisschen ja nicht so einf... Also wenn man es schwieriger hat, dann will man halt auch mehr Methoden in die Hände kriegen. Aber sowas wie hier, die laufen die ganze Zeit hoch runter, jetzt bangen sie hier fest und warten nur, dass ich runtergehe. Nicht? Warum? So. 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 Und reißen sie nicht an. Ist hier eine Grenze? Sehen sie mich? Irgendein Hinweis? Man weiß halt nichts. Du hast doch nur Gästelisten. Ja, für den Folterkeller. Ich höre Geister. Okay. Es ist gescriptet. Kannst du mir erzählen, was du willst? Okay. Wenn ich jetzt hier warte, gehe ich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, dass sie vor 20 Uhr runterlaufen. Was sie es vorher auch immer gemacht haben. Auf jeden Fall bewegen sie sich schneller. Da. Jetzt sie laufen so runter. Da siehst du mal, wie gescriptet der Scheiß ist. Nicht? Jetzt ist nur die Frage, würde ich von hier runterkommen mit einem Kletterhaken? Das will ich nur nicht machen. Natürlich. So gescriptet, die Scheiße. Gut, dann versuche ich mal, die Wölfe im Süden zu umgehen. Da. Da sehe ich zum Beispiel einen Radius. Warum sehe ich das bei den Wölfen und nicht bei den Leuten? Ich treffe bestimmt die ganzen anderen alten Zuschauer. die sind schon sehr alt und muffig da unten. Natürlich kommen jetzt hier Geister. Ist ja klar. Ah, die sind nur Stufe 5. Das kriegen wir hin. Und ich brauche ein bisschen Geistermaterial. Wir müssen Geisterwaffen bauen. Okay. Es sind auch nur sechs. Erstmal. Das ist easy. Ach, 64. Okay. Er und Multi-Angriff. Er muss hier nach hinten. Er muss hier hin. Pferd. Wo ist das Pferd? Da hinten. Der Wolf ist hier. Er geht in den Angriff an ihn ran. Eigentlich kann ich direkt den Dreier da reinlaufen lassen. Und wo ist sie mit dem Zweier? Ah, sie hat ja eine neue Waffe. Sie macht 20 Schaden. Er nur 13. Okay. Machen wir es so. Jetzt wird's kriminell. Warum wird's kriminell? Und dann läuft sie hierhin. So. Gut. Sie ist direkt umzingelt. Aber das werden wir direkt ausgleichen. Ah, shit. Ich kann nur bis da hinlaufen. Egal. Machen wir. Zwei Treffen ist besser als gar kein. Perfekt. Kriminell ist nur, was das Spiel hier mit mir macht. So. Und der kann ja auch Multi-Angriffe machen. Der kommt auch nicht da hin. Dann greift er die beiden an. Dann haben wir da schon mal einen weg. Doch nicht. Aua. Jawohl. Auf ihn am besten. Die beiden sind tot. Er beißt ihn tot. Noch sehr, sehr besser als gedacht. Er da hinten wird überleben. Das wird ein Problem gleich werden. aber... Aber... Vielleicht können wir damit... Ja. So. Welchen erledigen wir? Er würde gleich dran sein. Das ist auch der einzige, den ich glaube ich töten könnte. Das ist nur die Wahrscheinlichkeit, treffe ich ihn oder meine Leute. Überlebt er noch. Gut, ich könnte hier... Aber das kostet mich Punkte, lasse ich. Du hast doch bestimmt gar keinen Keller. Doch. Der ist sogar quasi unbenutzt. Aber auch nur quasi. Okay, da wir an nichts anderes rankommen, macht er den hier weg. Und dann kann er nämlich noch weiterlaufen, aber kommt da nicht mehr ran. Schade. Jetzt ist es ein Albtraummaschinen. Ja, das ist kacke. Weil wir können nur fünfmal auf die Dinge einschlagen. Okay, wir müssen das Pferd schützen. Es ist trotteligerweise in den Kampf gegangen. Aber wir könnten, falls einer in unsere Richtung läuft. Noch ein Schrecken. Oh oh, noch zwei Angriffe. Eine Riposte. Brauchen wir nicht. Ihr lauft doch dahin, Wolf. Och, du bist so ein Trottel. Wirklich. Du befreist dich aus dem Kampf, auch wenn es weh tut. Aber dann können wir nämlich beide treffen. Sehr gut. Und dann kann er nach hier oben laufen schon mal. er macht verteidigen. Sehr gut. Das Vieh dahinten müssen wir auf jeden Fall rauskriegen. Ich hoffe, das schaffen wir. Sehr geil. Er ist reingerannt. Er könnte ihn hier jetzt wegpusten. Super. Haben wir nämlich keine Probleme mehr auf der Seite. Aua. So. Der wird echt ein Problem. Erstmal lassen wir den laufen. Wenn die mit dem kämpfen, kriegen die so viel stecken. Das ist nicht gut. Ja, cool, wenn ich den wegkriege. Aber es wird nicht reichen. Ah, schade. Gut, fährt es dran. Oh, Fährkrieg Schaden. Hier bräuchten wir jemanden, der doppelt trifft. Das bist du. Perfekt. Optimal. Dann sind die beiden nämlich weg. Noch nicht ganz. Kriegen wir hin. Okay, ich speicher mal. Shit. Ja, super. Jetzt habe ich den Gegner in den Nebel geschossen. Okay, das ist dumm. Genau, das habe ich nicht gedacht. Okay. Nee, dann schießt du nicht. Dann machst du das vielleicht. Okay, der ist gleich weg. Gut, der Wolf schützt ihn. Blutet. Okay. In der nächsten Runde müssen wir es auf jeden Fall schaffen. Okay, erstmal du. Glück. So, er rennt weg. Genau. Das ist gar nicht schlecht. Dann kann nämlich der Nächste an seine Stelle treten. Und zwar er hier. Er kann aber keinen Kampf machen, weil er sonst seinen eigenen Mann trifft. Er ist jetzt auch weg. So, jetzt Perlin. Perlin vor die Säue. Haut ordentlich rein. Er kommt nicht ran, nicht? So, aber er beendet's. Den Schrecken. So, wir kriegen roter Augapfel. 17 weiße Leder. Schweinefleisch. Oh, das ist gut. Wolfsfleisch. Geisterkadaver. Acht. Wir sind überladen. Nee. Puh. Reparieren. Und teilen. Und wir kriegen Kühnheit. Zwei Erfahrungen. Das ist wichtig. Nein, ich will alles plündern. Jetzt bin ich überladen. Shit. Und jetzt kriege ich noch mehr. Was habe ich hier noch? Geisterjäger wieder. Pilze. Oh, kann ich noch aufheben. Gut. Aber hier wird es runtergehen. Das ist nicht schlecht. Ähm. Ich habe noch mehr. Rafa. Ja, ja. Sorry. Ähm. Okay, wir sind überladen. Was machen wir? 299 sogar. Ist das hier? Nee. Okay, da laufen Banditen. Ich speichere mal. Wir müssen jetzt langsam einfach laufen. Bis zum anderen Dorf. Was anderes kann ich nicht machen. Ich kann nicht alles wegwerfen. Ich frage mich echt, was die ganze Zeit alles so schwer ist. Die ganze Nahrung für 17 Tage, nicht? Das wird das Problem sein. Aber ich kriege auch nichts mehr, um das zu zu erhöhen. Ich könnte noch ein Pferd kaufen gehen, aber die Pferde fressen so viel, denn ich will ja eigentlich das eine Kampffährt weg haben, nicht? Und dafür ein Tragepferd dazu holen noch. Ich meine, das trägt 103. Das trägt 68. Das heißt, es wäre nochmal 40 Tragefähigkeiten mehr, die ich theoretisch bekommen könnte. Okay, und da hier so ein so ein Runterding ist, aber ich erinnere mich, war letztes Mal hier schon überladen. Okay, wir müssen so weit laufen, wie es geht. In der nächsten Nacht können wir vielleicht ein bisschen was abbauen. Das hat das ganze Fleisch nicht. Das ist so schade, aber das schmeiße ich sicher nicht weg. So. Wings ihn runter von diesem unsagbaren Level 6 Berg. Speichern. Ich speichere mal da oben. Wir haben es aber, also quasi haben wir es geschafft erstmal. Zurück in unser Hauptgebiet dann zurück. So, was können unser Tüftler denn noch machen? Wir können noch so ein Ding herstellen. Ein Seil. Haben wir nicht? Wir haben 12 Seile oder so. Neun. Okay, ein Seil. Fackeln brauchen wir nicht, oder? Dietriche brauchen wir nicht. Kletterhaken. Ihr habt 6. Dietriche haben wir 5. Noch einen robusten Angelhaken. Ah, dann kann ich nicht so viele Sachen herstellen. Irgendwas zerlegen. Ja, die Ponys. Wann wird der denn Level 5? Oh, fast. Okay, dann könnt ihr nämlich das kriegen. Du kannst irgendwas sicher verkochen. Wolfswurst. Sirup oder Schweinefleisch. Okay. Schweinefleisch wiegt 1. Wolfsfleisch wiegt auch 1, aber da könnten wir glaube ich ein bisschen was wegkriegen. Nochmal 5 Würste kochen. Und nochmal die 2 Schweinefleisch. Gut, dass ich Salz mit hatte. So, sind wir schon mal 4 runter vom Gewicht. Dann essen wir was. Das wird auch gut. Das wird umgewandelt. 2 Kadaver. Dann nehme ich mal die schwereren Kadaver. Dann sind wir da noch mehr runter. Er wird auch noch irgendwas machen. Er zeigt Berufserfahrung. Nee, er muss an den Monolithen leider. Und wir brauchen eher die Punkte. Dann kommt er diesmal da rein. Wir haben niemanden, der verletzt ist. Oh, ich hätte einen Verletzten aufheben können, um ihn da rein zu legen. Ah, das war dumm. So, kann ich noch was machen? Eigentlich nicht, oder? Wie hoch ist denn die Gefahr hier? Keine. Okay. Brot wiegt nichts. Wurst 0,7. Die Mengen machen Zeit nicht. Okay, vielleicht den Fisch, den einen weg, den einzelnen Barsch, ein Fleisch. Wie viel wiegt das? 1,8. Komm, die kriegen mal hier so einen schönen Braten und dann noch irgendwas, Apfel. Hatten sie lange nicht. Äh, rasten. 291, 286. Okay. Sie sind wieder maximal glücklich. Sehr gut. Und wir haben ja auch noch irgendwie diese Runen. Was macht der? Berg, Leistung. Vielleicht wenn ein Händler hier kommt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. oh. Ja, ich glaube, der Spielstand ist jetzt im Argen. Da habe ich euch erwischt. Findet ihr es etwa witzig, Brunnen zu vergiften? Das werdet ihr bereuen. Oh, oh, das ist sogar der Lieutenant. Moment. Ah, sie ist aber nicht Level 6. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Stufe 4. Oh, das schaffen wir. Oh, habe ich ein Schwein. Oh, ich dachte schon, wäre die Level 6 gewesen. Gut, dann heißt das, wir sind gleich noch mehr überladen, weil wir kannst das Zeug kriegen. Man kriegt immer so viel Zeug in Spielen und kann es nie transportieren. Oh, erst mal, meine Leute, ich hätte gern irgendwie, dass die am Rand am Anfang sind und dann, dass man die auswägen kann und nicht, dass die irgendwo verteilt stehen. Ich mag das gar nicht. Man hat gar keine Übersicht darüber. So. Er auch erst mal alle in eine Reihe. Er greift zuerst an. Das sind Bogenschützen, nicht? Das heißt, die will ich auf jeden Fall binden. Stehen auch alle weit genug auseinander. Hier haben wir nur drei. Die sind mir egal. Die würde ich aber am liebsten mit unserem Hauptkämpfer binden, mit ihm. Das heißt, er läuft an den ran, dann laufen die an den ran und dann ist gut. Okay. Unser Bogenschütze, der kann hier nach außen. Das wird spannender jetzt. Er mit dem Schwert. Nee, du greifst da an. Pferd kommt nach außen. Wolf kommt nach außen. Du greifst da an. Du greifst da an. Du bist da. Du könntest noch. Du hast Einzelkampf, nicht? Okay, dann kommst du da hin. Na, mal gucken, ob das aufhielt. Also, erst mal die Bogenschützen, habe ich gesagt. Und gleich richtig runterhauen. so, dann wäre es als nächstes dran. Der andere Bogenschütze. Du musst auch. Fügt einen im Bereich zu. Du bist Bereich, du bist Bereich, du bist Bereich. Aber du machst nicht viel Schaden. Dann gehst du hier hin. Treten. Und, Autsch. Das klang nach Rückgrat. Dann macht er drei Schaden. So. Er greift als nächstes an. Und er. Dann Taktik B. Er baut sich hier sein Dings auf. Oh. Schade, er steht nicht daneben. Au. Okay, die haben neue Taktiken. Schade, ich komm nicht ran. Kommt, er würde, aber sie kommt auch nicht ran, nicht? Oh, schade, weil die so schön nebeneinander stehen. Aber, oh ja. Oh ja. Die haben einen taktischen Fehler gemacht. Ich könnte hier Reposte machen. So. zack. Gute Reposte. Und jetzt stehen hier. Aber ich glaube, ich komm nicht an die ran, leider. An drei. Aber ich komm nicht mal an zwei ran. Dann nur den normale Schlag erst mal. Shit, er hätte sich auch noch daneben stellen können. Oh, er kann zweimal. Haben wir hier einen Multischläger? Ne. Ah, da hinten ist der Einzelne noch. Du bist noch der Bogenschütze. Okay, dann stell du dich mal hier hin. Du bist ja Multischlag. Dann können wir den eigentlich auch einfach weg machen. Ja. Kannst du, zweimal angreifen. Okay. Okay, ich treffe zu 100% einen von den beiden. Das ist okay. Und unser Wolf noch. Ein bisschen. Oh, einen sehr guten Bissen. Wenn er sowas macht, dann bin ich immer stolz, dass ich ihn in ihrem Team habe. So, das hier wäre nicht schlecht. Oder aber... Er könnte drei treffen, nicht? Aber er ist im Kampf. Das heißt, erstmal musst du ihn ausschalten, dann ist er nicht mehr im Kampf. Aber du könntest auch ihn einfach... Wärst du weg, könnte er das machen, nicht? Das ist also... Okay. Steht einfach daneben. sehr gut. Riposte. So. Einer weniger. Aua. Aua. Gut. Sie hätte auch Auslöschung machen können. Kann schon mal da hinlaufen. Achso. Er ist noch dran. Oder er. Erstmal er. Er trifft zwei. Das ist wichtiger. Dann kann er hier noch tot treten. Dann kann er nämlich wieder weglaufen. So. Dann wird er aber umstellt. Er tötet den. hin. Und das war's. Wir kriegen ein Sparta des Legionärs. Stoff, ein Charisma der Legion und Kronen. Wir müssen nur ein bisschen was reparieren. Und das werden wir auf jeden Fall speichern. Und irgendeiner... Das Pony. Das Pony ist Level 5. Das Pony. Das Pony. Das Pony ist Level 5. Das Pony. Das Pony. Das Pony ist Level 5. Ich kann Einfluss ausgeben. Für Verfassung. Kostet 10. Ja, das machen wir doch. Und jetzt kann das Pony nämlich endlich den Pony Plattenpanzer bekommen. Äh, Pony. Hä? Achso. Bewirkt eine Runde lang bei einem Verbündeten im Bereich Reposte Verfassung um 10% erhöht. Lieber die Verfassung. so, und jetzt kriegst du wenn der Anwender immer noch Rüstung hat, werden 5 Schands zurückgeworfen. Rüstung 51. So, jetzt reden wir über das Pony. Ist das mal eine schöne Rüstung? Ach, du Scheiße. Gut, aber wir haben nur noch 285 Überlastungen dadurch. Ich meine, die Ponys fressen 6 und tragen 100. Heißt, ich könnte mehr Nahrung tragen mit dem dritten Pony. Aber gut, ich glaube, ich habe vom Spiel gesehen, was ich vom Spiel sehen wollte. Das geht ja jetzt immer so weiter, nicht? Die Geschichten sind nett. Vielleicht hätte ich einen Schwierigkeitsgrad runterstellen sollen, damit ich mehr die Geschichte erleben kann, als mich hier durch zu quälen. Ich glaube, das tut dem Spiel nicht ganz so gut. Gerade, weil ich Entscheidungen getroffen habe, die vielleicht nicht die besten waren. Ich kann auch sagen, ohne dass ich hier hochlaufen muss, dass ich hier wieder runter kann, oder? Hilft mir das? Dann muss ich nicht bis da vorne laufen, das ist gar nicht schlecht, nicht? Dann machen wir hier direkten Haken. Ja. Dann können wir hier einfach dem die Wachtür umgehen. Na, KI, hängst du wieder? Ja, ist wirklich KI. gut, nach der nächsten Rast sind wir nicht mehr überlastet, nicht? Ah, wir können mal gucken, ob jemand das Schwert passen würde. Abfang. zieht zieht sich zurück und greift in gerader Linie an. Ah, nee. Nee. Was hat er denn? Spalten. Na, dann nehme ich lieber das bei ihm, nicht? Dann kriegt er plus fünf Stärke. Hm. ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann können wir das Schwert hier unten irgendwann zerlegen. Und ansonsten habe ich echt nur noch Fressen dabei, nicht? Ich habe so viel Blumen halt noch dabei. Ich könnte das zerlegen, nicht? Vielleicht hilft das. Bestätigen, zerlegen. Achso, und wir haben noch diesen Hut. 283, schon nicht schlecht. Das mit dem Hut. Wo ist der Hut? Denn der Hut steht ihm gut. Hätte jeder einen Hut, hätte er es echt so gut. Denn der Hut, der ist voll Blut vom Gegner getränkt. So ist es gut. Gut, die mit Helm, das ist wahrscheinlich eh Quatsch. Bei ihm vielleicht, ne, bei ihm vielleicht. Jedes Mal, wenn die Fähigkeit einen kritischen Treffer erzielt, erhalten benachbarte Verbünde eine Runde lang 30% mehr Schaden. Kann wir auch zerlegen. Wie schwer ist die? 0,5. Wie viel ist die wert? 12. Bringt mir Rohmaterial, Stoff, Leder. Jetzt haben wir wieder 284. Wir haben zu viel. und wir können hier ins alte Salzbergberg, das können wir noch erledigen und wir können jetzt in das Grab. Stimmt, ins Grab können wir auch noch. Das wäre auch noch cool, das zu sehen, oder? Oder wir könnten mal auf die warten, ob wir was mit denen handeln können. Aber die wollen meistens nur irgendwas haben, weil das Flüchtlinge sind. Seid ihr Banditen bei uns gibt es nichts zu holen. Angreifen können die Brot geben. Man kriegt nur diesen Einfluss. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Einfluss soll. Ich glaube, das habe ich irgendwo übersehen. Wir machen Lager Gefahr ist hier 10%. Können wir noch ein bisschen weiter laufen. Das wäre ein Händler. Komm, schnell zurück zur Straße. Schaffen wir nicht mehr, nicht? Kacke. Keine Gefahrenstufe. Okay. Was ist hier? Schwinge Sterbe Kämme erzeugt mir ein bisschen Berufserfahrung. Nee, lieber Berufserfahrung. Fackel Kletterhaken. Wir können noch einen Kletterhaken, aber wir haben fünf. Können also auch nichts wegkriegen. Das passt alles. Hier können wir noch zwei Geisterdinger wegkriegen. Und essen tun wir ja auch noch was. Zweimal Wurst, zweimal Brot und da hinten liegt noch gut der beste Wein auf dem Kontinent. Gut, wir können auch die Milch mal trinken. Ist immer ein zu zu viel, dann essen wir einen davon. Und wir können ein Holz reinwerfen. Kriegen wir eine Kohle. Ja, sehr schön. Das nächste Mal bleibe ich standhaft. Ich lasse nicht zu, dass die Angst Oberhand gewinnt. Ich werde die Phantom Meute erlegen, wie es sich für einen Pferden leser geziemt und mir meine Rüstungsverstärkung verdient. Ich muss nur aufhören zu zittern. Finde Trost im Gebet erfordert 40. Finde ich am besten. Diese Einheiten können grundlos auf den Kampf fliehen. Nee, hier, Beten. Und dann steigt Osbert sogar eine Stufe auf während der Rast. Okay. Wir können aber noch nichts Neues auswählen. Willenskraft könnten wir erhöhen. Die Bewegung könnten wir erhöhen. Oder die Verfassung. Ich würde sagen, die Verfassung. Dann haben wir nämlich keine Überladung mehr jetzt. Und wir sind berühmt. Gewinn 200 Einfluss. Sechs mal abgeschlossen. Und hier haben wir Produzent. Er fertigt 20 Gegenstände. Wir nähern uns hier auch den nächsten Leveln. Was ist nicht verkehrt. So, das heißt, nach dieser Rast geht es endlich normal voran. Perfekt. Perfekt. Na. Also. Beim nächsten Mal wollen die was haben. Was? Mal im Rathaus nachfragen. Noch alles okay. die Apotheke. Die Apotheke. Der Markt. Papierwerkzeug. Ja. Preis ist reduziert, aber nur um 5. Das Eisenerz könnten wir zurückkaufen. Das Holz könnten wir kaufen. Ich glaube, das brauchen wir. Können wir ein bisschen was herstellen. Salz brauchen wir wieder. Dann sind wir überlastet. Okay. Gut zu wissen, dass Salz so schwer ist. Räus Fleisch. Brot. Milch. Weizen. Brauchen wir nicht, oder? Rathaus. Vielleicht können wir noch eine Person. Nicht Rathaus. Gasthaus. Vielleicht können wir noch eine Person akquirieren. Können auch hier gucken. Nur noch schwere Aufgaben. Informieren Marheim. Das könnten wir machen. Ich glaube, ich gehe nämlich nach Marheim. Wir könnten die einfachen hier machen. Ja. Wir brauchen das Geld. Ja. Um Marheim ist das im Norden. Perfekt. Was ist sie? Holzfällerin. Was ist sie? Dieb. Was ist er? Bergbauer. Ach, schade. Nichts, was wir brauchen. Dass sie alle einen Job haben, ist immer blöd. Wäre cool, wenn die auch mal keinen Job hätten. ja, er hat die 26 Holz. Okay, Holz kriegen wir also bei ihm. Okay, wir können hier relativ viel machen. Geister zwei Hand Streikkolben, nicht? den versuchen wir mal. Aber das Kriegsgebiet gefällt mir irgendwie gar nicht. Immer diese Gefahr immer angegriffen zu werden. Geister Zweihand Streitkolben Schmieden Mal gucken. Stufe 6 Beinahe perfekt. Stärke 14 Rammen. Okay, Rammen ist nicht schlecht. Die Frage ist, wer kann das benutzen? Du! Das Ding hat Rammen und wir tauschen das nur gegen das aus. Ja, das ist ja super. Das heißt, 12 Stärke steht da der Schadenfeuer für einen einen bereich 13 Schaden zu 21 Schaden. Okay, 8 Schaden mehr und er hat mehr Stärke. Das ist nicht schlecht. Und Perlin ist echt beliebt bei jedem. Ja, hat so ein bisschen toleriert Lämtos. Lämtos. Achso, ja stimmt, die konnten sich nicht leiden. Und die Neuen, die haben so ein Problem noch nicht. Der Wolf ist aber leider auch sehr beliebt, nicht? Ähm, die erste Waffe ist ein sehr guter Tausch. Zerlegen, das Ding. Zwar Holz vereisen, super. So, speichern. Wer braucht denn noch eine neue Waffe? Also, das ist okay. Ja, der Gladius stört mich, aber da kriege ich keinen schönen Gladius hin. Der Speer, den kann ich glaube ich nicht. Bogen kann ich glaube ich auch nicht. Und den Hammer kriege ich glaube ich auch nicht besser hin. Können mal gucken. Rüstungsverstärkung modifizieren. Ich kann doch Sachen einfach aufwerten, nicht? Weiß zum Beispiel nicht. Achso, weil die Stufung, Stufe 6 Rüstung erfordern. Stufe 4, Stufe 3. Deswegen haben wir ein Problem gegen Stufe 6 Gegner, weil unsere Items nicht unserer Stufe entsprechen. Ich glaube, wir müssen erst ein anderes Gebiet. Der Einzige, der hier was hat, ist das hier. Wir können also dem Pferd noch mal stärkere Rüstung geben. Wäre zumindest das Gewicht weg aus dem Inventar. Hm. Ja, einen Speer können wir nicht herstellen aktuell, oder? Können wir? Nee. Jetzt ist die Frage, wir könnten was erlernen, ne? Veteran Schmiedes Set. Achso, das kann ich ja. Ah, hier steht sogar dran, es macht immer Spalten, der macht immer Verstümmeln, und der macht immer Ram. Okay, dann ist der Gladius scheiße. Was macht denn der Gladius? Spalten. Machen beide Spalten, und warum macht unser nicht Spalten? Der macht nämlich Ausschlitzen. Finde ich viel besser. Aber nur die sind hier Level 6. Wahrscheinlich müsste ich die lernen, um die hier zu kriegen. Ja. Weil das hier kann ich irgendwie, eins brauchte ich nicht lernen. Und dann vielleicht doch eher die Rüstung. Könnte die besseren Helme lernen. das sieht halt alles scheiße aus hier. Ich glaube, das hier wäre wichtiger. Dann sehen wir halt aus wie Clowns. Aber gut, wenn es halt besser ist, dann ist es besser. Geisterumhang. Das können wir machen, nicht? Speichern. Speichern wir nochmal. Geisterumhang. Schmieden. Super. Er schmied Geselle. Stufe 6. Okay, das war Geister Schiffung. Geister Brustplatte, da fehlt Kohle nur. Okay, dann erstmal die Geister Schiffung. Die ist scheiße geworden. Die würde ich nochmal neu machen, aber erstmal gucken. Der würde 17 Rüstung bringen, aber kritische weniger. und Bewegung würde gleich bleiben. Ups. Könnte beide tragen. Okay, theoretisch also möglich. Er würde hier sogar von gewinnen auf 44 Rüstung. Dann können wir die zerlegen. Die hier, die gefütterte Jacke oder oder jemand anderen geben. Er kann das nicht tragen, weil er nicht Stufe 5 ist. Er würde ordentlich was verlieren. Er kann das nicht tragen, weil er nicht Stufe 5 ist. Ist auch nicht Stufe 5. 5 3 Rüstung mehr Willenskräfte und kritische Treffer weniger. Gut. Der ist ordentlich Stufe 5. Das ist eine Geisterschiffung. Ungewöhnlich mittlere. Der trägt leichte. Okay. Das hier ist eine leichte. Er trägt auch eine leichte. Er trägt eine schwere. Er trägt eine leichte. Er trägt eine mittlere. Wer kann das noch nicht? Kacke. Okay. Dann zerlegen erstmal das Ding. Das würde nur 48 Gold bringen. Dann zerlegen wir es. Kriegen wir legendärer Handwerker. Nächste Stufe freigeschaltet von Handel und Handwerk. Super. Neuer entschlussverfügbar Handwerkermarkt. Ihr könnt im Hauptdorf jeder Region einen Handelsposten errichten, um schnell von einem Handelsposten zum nächsten zu reisen. Oh stark. Kooperativ. An Gefährten gezahlter Sold wird verringert. Wäre nicht schlecht. Kaufpreis von Handelsgütern verringert. Auch nicht schlecht. Mission in der Kopfgeldliste zu verhandeln. Berufserfahrung verdoppelt sich, wenn es einen höheren Gefährten gibt. Ne. Gefangene ausliefern. Dann würde ich sagen, hier Sold wird verringert. Und können wir jetzt, was brauchen wir für die Geisterbrustplatte 9 Kohle. Die hast du doch, oder? 8, 9. Das ist echt teuer, 9 Kohle. Aber okay. Noch eine Geisterbrustplatte. Naja, nur eingetroffen. Stufe 6. Okay, mehr kann auch gar nicht machen. Wir können noch so eine Rüstung Schutz schmieden. Zweimal, nicht? Können wir nicht, weil wir kein Eisen mehr haben. Dennoch einmal. Achso, das geht direkt. Okay. So, dann können wir gucken. Du hast keine Schwere gehabt, nicht? Können wir dir eine Schwere geben? Nein. Du hast können wir dir eine Schwere geben? Ja, würde aber deine Bewegung einschränken. Du hast eine leichte du hast eine Schwere. Aber du hast keine Stufe 5. Oh, nein. Die haben die Stufen nicht. Er kriegt die hier. Ist mir jetzt egal. Die 1-2 Prozent. Der braucht hier einfach eine bessere Abwehr. Wir brauchen einfach ein paar Leute, die ein bisschen mehr leisten können. Die hier würde ihm eine Rüstung mehr geben. Perfekt. Dann kriegt er die. Und die würde ihm 6 Rüstungen weniger bringen. Okay, dann können wir die jetzt glaube ich zerlegen. Boah. Shit. Und die kann ich gar nicht benutzen. Okay, aber bei der könnte ich also sagen, dann kriegt er nämlich nochmal plus 2 Stärke und plus 9 Rüstung. Das ist gut. Und er auch nicht. Genau. Er hat jetzt 48 18 57 Alles klar. Und dann können wir hier nochmal Schmied. Kriegen wir auch nochmal Erfahrung. Stellt Rüstung und Waffenteile her. So, wie viel Gewicht haben wir jetzt an Bord? 257 von 281 möglichen Handelsposten. Der Handelsposten war einst ein Schmuckstück von Till drin. Er wurde schon vor Jahren verlassen. Mit den entsprechenden finanziellen Metten könnten wir helfen, ihn wieder auf zu beinen. Dann könntet ihr schneller von Dorf zu Dorf reisen. 500 kostet das. Mach ich. Ihr müsst nicht lange warten. Handwerker sind bereit, sich an die Arbeit zu machen. Okay. Garnision umverwalten. Oh mein Gott. Das ist es. Ich habe jetzt mein eigenes Lager. Das hat immer gefehlt. Gefährten zurücklassen. Was haben wir da? Hoffentlich gefällt euch das Ergebnis. In diesem Lager werdet ihr eine Truhe finden, in der ihr unbegrenzt Gegenstände aufbewahren könnt, sowie Scheme, auf denen ihr Gefährten zurücklassen könnt. Außerdem kann ich reisen zu Handelsposten arrangieren, die in anderen Dörfern gebaut habt. Wohin möchtet die reisen? Okay. Ich kann nirgendwo hinreisen. Davon mal abgesehen. Aber allein die Truhe. Oh mein Gott. Ja. Also das kann erstmal komplett hier rein. Genau wie das hier. Genau wie das hier. Das müssen wir mitnehmen. Holz können wir auch hier lassen. Das können wir alles neu suchen, nicht? so die Blumen zum Beispiel, nicht? Pestleder, pestverseuchtes Ding, den Sandstein brauche ich erstmal nicht. Harz, Notveressen, okay, Schneelien kann hier bleiben. Das nehmen wir mit, das kann Kohl, ach komm, Apfelwein nehmen wir mit, Fiole kann erstmal hier bleiben, die roten Augäpfel, Stoff kann hier bleiben, Sirup ist Essen, die Blumen können hier bleiben, Trauben, die Blumen können weg, Äpfel, irgendwie dieses Blut kann hier weg, die Zähne nehmen wir mit, die wiegen nämlich nichts, anstatt man die irgendwie hier oben als Währung hat, nicht? Wenn sie Währung sind, finde ich irgendwie komisch. Äh, dieser Rüssel können weg, Rubine können weg, Salz muss ich mitnehmen, Pesting nehme ich mit, Passierschein und die beiden Rüstung, oder die eine Rüstung, die kann auch hier bleiben. Sehr schön, und was ist er? Ohne eine Handelsroute kann ich nur lokale Waren verkaufen, die von weiter her kommen, verrotten oft schon unterwegs. Okay, Köder, Hanf, alchemistischer Rückstand, Leder, Honig, Äpfel, das ist klar. Händler, baut einen Handelsposten. Okay, 146 von 281, das sieht doch schon ganz anders aus. Jetzt können wir wieder Sachen sammeln gehen und solche Geschichten. Also ich finde die Kiste hätte man früher kriegen müssen, eine Vorstufe hiervon, dass man sagen kann, in der ersten befreiten Stadt, man kriegt irgendwie eine Kiste oder so im Rathaus oder irgendwas, bis man diesen Außenposten kriegt. Gasthaus. Waren noch die gleichen Leute da? Leider ja. Okay, jetzt bin ich leider wieder motiviert, nicht? Halt in die Richtung. Ja. Einmal südlich um den See und ich will nämlich auch ja südlich um den See Eisen abbauen gehen. Na so, es ist aber 2.52 Oh, da sind noch Fische. Oh, wie aufgeräumt das jetzt ist. Den ganzen Schwum mal rauszuwerfen können. Das ist echt eine Wohltat. Wir gehen erstmal ins Salzbergwerk, dann können wir das nämlich befreien. Hier ist übrigens der Startpunkt. Mal wieder laufen wir an ihm vorbei. Eisenerz. Ja. Ah. immer ein 6. Jawoll. Ist jetzt Lehrling. Ja, ja, ja. Lehrling Level in 8 verschiedenen Jobs erreicht. Wie viel Eisen haben wir jetzt? 13. Ja. Ihr habt das Eisen Vorkommen beseitigt, ausgezeichnet. Jetzt können wir uns wieder an die Arbeit machen. Okay. Und hierhin gab es auch noch Eisen in dem Bergwerk, im Pedra Bergwerk. Wartet, 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 wartet. Die sind oben auf dem Berg, nicht? Da war ich noch nicht, weil ich nicht stark genug war damals. Komisch, nicht? Ich habe die Region befreit und trotzdem laufen noch alle, der da hinten ist, Stufe 3. Ob wir den inzwischen schaffen würden? Das ist doch ein schöner Abschluss für heute. Oder vielleicht auch für Spiel. Mal gucken. einmal würde ich noch reingucken. Aber die Region ist mir zum Beispiel noch zu anstrengend. Hier kommen wir nicht hin. Die gucken wir uns noch an. Und ja. You chill Ich werde sie alle umbringen. Strategie vorbereiten. Welcher von euch hat denn jetzt die neue Rüstung? So. Auf jeden Fall erst mal so, dass alle dichter rankommen. Und der mit der besten Rüstung, das dürftest du sein. 53 57 du hast mehr Lebenspunkte, aber du hast auch mehr Abwehr. Okay, du läufst da jetzt hin. Fokus pieksen. So. bis Wenn man auf jeden Fall mehr schaden Mal gucken, ob er uns noch immer instant tötet Ah shit, ich hätte ihn weglaufen lassen sollen Geht, der eine ist verletzt, aber weggestoßen Nicht mal so schlecht Okay, die müssen immer wieder weglaufen jetzt Oh, er hat ihn anvisiert Nicht schlecht Kann sogar da stehen bleiben Gut, das Pferd hat er auch Rüstung inzwischen Nicht verkehrt Er hat ihn wieder anvisiert, nicht gut Oh ja Überlebt auch, sehr gut Der Wolf tötet ihn Wir haben es geschafft Jawohl Der Champion von Tiltrin Und wir kriegen Luchilla noch Ein Zweihandmorgensstand, dessen Griff mit Menschenhaut umwickelt ist Ähm, wen ich mal wohl gehört haben mag Visiert einen Bereich an Fügt allen Einheiten im Bereich 135 Stärkeschaden zu Stößt sie zum Beginn der nächsten Runde um 6 Meter zurück Ist aber anvisieren, mag ich gar nicht Aber Ähm Ich weiß gar nicht, ob wir da mit jemandem reden können noch Das finde ich immer so ein bisschen blöd Man weiß gar nicht, ob man das Grab von Tiltrin Kriegen wir noch hin Grenzübergänge Okay, dann sind wir damit durch, nicht? Können auch untersuchen Denn kommen wir sonst nicht hin Ist nur Eisen, nicht? Ist eine Schatzkiste Komm, die holen wir uns, oder? Da ist doch bestimmt was Besonderes drin Hier unten können wir sicher auch in Sicherheit Dass hier nichts zum Fischen ist In Sicherheit schlafen Ein Gebetsbuch Und eine Rubin Wow So, was kann denn unser Helme oder Gesellenrüstung Reifstahlhanisch Okay, das brauchen wir nicht lernen, weil wir das gar nicht haben, nicht? Okay, ich glaube, dann ist das Problem, dass wir die Wachen Oh, hier Schmiedegesellenwaffen 2 Ah, weil wir aufgestiegen sind Aber klar, kann ich auch noch nicht Okay Verstärkte Dings Die könnten wir auch noch nicht Da fehlen uns auch irgendwelche Zutaten Dann würde ich sagen, fast die Helme, oder? Die Helme sind auf jeden Fall nochmal ordentlich wichtig Pony mittelschwer Kriegen wir auch noch nicht hin Oder den Spieß halt verbessern Und den Bogen Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt Dann könnten wir das auf jeden Fall nochmal machen Okay Den Champion besiegt Wir müssen rasten Ja, 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 ja Ich weiß Was wir immer alles müssen 3 Uhr 2 Wir müssen auf jeden Fall nochmal den Hanf aufheben Davon haben wir nämlich nicht viel Und nochmal leveln Toros kann nochmal leveln Und der kann sich jetzt aussuchen Schaden gegen Einheiten mit 30% oder weniger Gesundheit erhöht Der erste Angriff verursacht 100% Schaden Am Ende eines Zuges verliert diese Einheit 10% ihrer Gesundheit Nee, hier Der erste Angriff 100% Schaden, oder? Weil wenn die Selten sind die Einheiten so verletzt Unter 30% Meistens haue ich Ja, erstmal die Rüstung weg Und dann die mit einem Schlag oder so Stärke gibt auf jeden Fall Zwei Schäden mehr Kritische Treffer Oder mehr Bewegung Bewegung ist fast wichtiger bei ihm Aber Wir gehen mal auf Auf Stärke Dass die alle über 20 kommen Hatte ich mal gesagt, nicht? So Er kann den auch nicht einsetzen Sie könnte den einsetzen Was hat sie denn? Vernichtung Das ist schon eine coole Waffe Die sie hier hat, aber Und der hat gerade einen neuen bekommen, nicht? Der ist auch Stufe 6 Das Ding ist Stufe 3 Und der kann auch noch aufsteigen Ah, steht Ich hätte hier Der hätte mir noch eins Dazu holen können Was wollen wir denn bei ihm? Kritische Treffer Oh, 53% Und zu 13% Wahrscheinlichkeit Bewegung 12 Perlen Mehr Bewegung Wehenskraft Mehr kritische Treffer 2% Ne, machen wir die Bewegung Entfernen Okay Kann er sich um 14 bewegen? Das gefällt mir besser Okay Achso Und wir können Könnten hier rasten Er ist am Monolith Er kriegt hier seine 2 Fleisch Wirklich können wir Können wir nicht zerlegen Warum können wir die Sachen nicht zerlegen hier? Ist ja schade Legendär Legendär ist aber aufwertbar Okay, wir können mal gucken Achso, das können wir nicht hier machen Das kann nur der Dings wieder machen Na gut So, Seile haben wir 8 Passt auch noch Stellen wir nochmal auf 10 Und kann der Koch noch was kochen Wir haben nichts bekommen Dann können wir noch schlafen Und dann Ist ja wirklich Sense Eine Wurst reicht, oder? Und dann kriegen sie eins davon Ähm Ich hab kein Holz mehr Ja, das Holz müssen wir besorgen, nicht? Wie viel brauche ich? 25 Zwei Würste Drei Brote Und ein Ding Und bezahlt werden wollen sie auch noch Wir haben nicht mehr viel Geld Wir müssen unbedingt die Aufgaben dann erfüllen Wenn wir dann nochmal weiterspielen Okay Speichern Let's play Und rausikus Zurück Zum Menü Ja Ja Von der ersten Begeisterung So ein bisschen abgekommen Von dem Spiel Aber Ja Macht schon Spaß Man muss sich ein bisschen Überwinden Nicht? Ähm Aber ansonsten Geht schon Na gut Ich wünsche euch was Danke, dass ihr dabei wart Ich bin Mütchen Es ist 3 Uhr Und wir machen morgen Dann weiter Mal gucken wann Wahrscheinlich 17 Uhr Ich kenn mich Vorher werde ich wahrscheinlich Nicht dazu kommen Also Wir sehen uns Bis dann Schlaf, chillen Und Tschüss 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 Tschüss